It's time for the crashes. I am catnabbed. And I kidnapped your PC. I am catnabbed. Your PC is going to sleep deep tonight. Ihr müsst jetzt von neu machen, Chat, für YouTube. Hallo YouTube! Mann, was ist das denn für ein tolles Spiel? Oh, die sind ja voll süß. Wer sind die denn? Die sind voll süß. Ich möchte davon ganz viele kaufen. Zehn Stück gleichzeitig. Kenn ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das ist ganz kurz zum ersten Mal. Aber es scheint wohl eine alte, bekannte Serie zu sein oder so. Was ist das? Ich kann nicht schlafen. Hey, es wird okay, Leute. Ich versuche. Alle Winde fliegen weg. Ist super interessant, ja. Ja, haben die NFT? Ich hoffe. Ich hoffe, man kriegt zu jedem Kuscheltier ein NFT. Was ist das denn? Der ist quasi der Sandmann, dieser Kuscheltiere, ne? Und das ist sein Sand, oder? Ja, die schlafen alle glücklich. Die lachen sogar beim Schlafen. So gut sind die eingeschlafen. Katnipp, genau, wegen Schlafen. Aber dass es ja ein Horrorspiel ist, heißt es wahrscheinlich auch Kidnap. Verstehst du? Aber auch Katnipp, ja. Ja, genau. Das ist ein G-G-Streich. Das ist Katnipp, ja. Wie teuer? Gibt es den schon, Chat? Schnell googeln. Ähm, Kat-Nap-Merch. Kann man preordern. 35,9,9,9,50. Kann man preordern. Hm. 35,95 geht klar, ne? Krieg ich ein NFT dazu? Also an die YouTube-Zuschauer, wenn ihr gerade ein bisschen verwirrt seid, ähm, das Spiel hat gerade alles bei mir gecrasht. Ich musste neu starten. Hallo YouTube. Äh, schreibt doch in die Kommentare, was ihr von der globalen Kontinentalplattenverschiebung haltet. Eher so yay oder eher so nay? Okay, let's go. Bitte stürzt nicht ab. Da ist Katnipp. Katnipp hat uns in seine Mausefalle gebracht. Man will uns hier jetzt zerquetschen. Zu... ...einer leckeren Katzenmahlzeit. Mich kriegst du niemals in eine Dose gestopft. Gestopft, Katnipp. So. Da meine anderen 50 Bits übersehen wurden, hier nochmal 100. Alter, dankeschön. So. Und ich hab mich irgendwie unter diese Dinger gestellt. Und dann ist der PC gecrasht. Öh, meine Hand. Man darf sich wohl nicht da drunter stellen. Damit kommt das Spiel nicht klar. So, und dann da rein, ne? Ich scheine wohl was falsch gemacht zu haben. Ich scheine wohl was falsch gemacht zu haben. Was war das denn? Jetzt hab ich Falschschaden bekommen. Ja, gleich machen wir einen halben Speedrun hier. Okay. Ah! Er hat mich gegen die Decke gedrückt. Oh! Ja, es hat mich totgepresst. Boah, meine Maus ist irgendwie ultraschnell. Ich mach mal kurz langsamer. Leise. Ich mach meine Maus leiser. Ja, das ist der Dark Souls Fahrstuhl. Boah, ich kann die Fässer bewegen. Geil. Okay, hocken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf Catnap. Also ich fand... Oh. Ich fand den zweiten Teil besser als den ersten. Mal gucken, ob der dritte Teil sogar noch besser ist als der zweite. Vielleicht steigern sie sich wirklich mit jedem Teil. Stück für Stück. Mach Helligkeit der Kopfhörer runter. Ist das Spiel wirklich zu dunkel? Soll ich heller machen? Ist das Jet Set Radio? Nee, ist fine. Okay. Ja, weil vorhin gesagt wurde, das Spiel ist zu dunkel. Ich hab noch keine Taschenlampe. Okay. Ja, okay. Ja, ich denke mal, hier gibt es nichts großartig zu entdecken. Also was so Collectibles angeht oder so, I guess. Ich sollte das nicht so spielen wie ein Gamer, sondern wie ein Enjoyer, ne? Nicht jede Ecke mir anschauen und dort irgendwelche Items suchen oder so. Random Loot finden. Was ist das hier? Sind das Puppen? Das sind Puppen, oder? Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein Dino. Und das ist ein Hase oder so, glaube ich. Aber wieso sind die dann so mit so komischen Zahnrädern und Holz? Weird, okay. Ja, das sind wahrscheinlich diese Smiling Friends Plushies, ne? Ja. Ich sollte das spielen wie ein 8-Jähriger oder Markiplier. Ich hab leider keine coole Stimme wie Markiplier und auch... Keine Ahnung, was er noch hat, außer einer coolen Stimme. Ich hab nie Markiplier geschaut. Großartig. Ich hab vielleicht in meinem ganzen Leben zwei Videos gesehen. Kann ich ranholen? Nein, bleib hier. Stimmt, dieser Cursor in der Mitte zeigt auch an, wie weit die Hand fliegen kann. Das zeigt die Länge mal an, ne? Ja. Das Ding kann ja ultra weit fliegen. Holy shit. Man kann da rechts und links noch gehen. Ich weiß nur, dass seine Schwester eine Fairy-Künstlerin ist, welche irgendeinen Comic hat. Von Markimark? Hier schon wieder. Schießt der vielleicht aus dem Mund so Schrott, der Catnap? Weil wir haben ja jetzt im Intro gesehen, er macht so einen komischen Sand oder so was. Oder irgendeinen Smoke. Vielleicht kann der jetzt hier irgendwie so Metall schießen aus seinem Mund. Weil die ganzen anderen Plüschtiere sind halt immer so, ja, so ein Schrott. Aufgespießt. Ah, okay. Ah, okay, das geht auf. Catnap! Where are you? Mäuschen, mach mal piep! Ich meine wohl eher, Kätzchen, mach mal miau. Ah, hier! Wir sind jetzt oben. Hier hat Catnap uns reingeworfen. Mondstaub! Mondstaub, Flieg und Sieg. Okay, Kassette. Können wir uns das anschauen? Ähm, Claire Harper, Debrief. Ähm, Gegenstände Browsen? Ah, okay. All right, Miss Harper. Warnpuffen! 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 Ich weiß, aber das... Ich meine... Dallated Pupils und Quiver und Licht. The way ihr Augen darted around the room, und ich swear, ihr Hand und meine. Es fühlte sich wie ihr Blut was boiling beneath ihr Skin. Sie sah etwas, auch. etwas horrible. Sie... Ich... 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 Frau Harper, wir werden die sehr beste Arbeit geben, die wir geben können. Sie haben meine Worte. Aber das ist wichtig. Wir haben uns beschrieben, was sie sah. Ja! Ein Monster, sie sagte, sagte, dass es... colorless... Oh Gott! Ich fühlte mich, das poor kleine Herz zu spüren, und für sie war es genau da. Und ihre Bewegungen, sie waren so wild, die Arme blanen, nicht zu kicken! Hm... Ich... Ich wollte sie mit ihr, zu sprechen, zu sehen, wie sie ist. Ich... Ich... muss sie jetzt hören, jetzt... Das... würde nicht beendet, Frau Harper. Es gibt... viele... wir müssen, diese Zeit zu erinnern, aber vital, show normal, und wir fortschalten, zu monitorieren. Sie wird okay. Ja, ich frage mich, was Catnip in dem macht. Also, Catnip, ähm... bringt ja zum Erschlafen, und dann kriegen die Albträume. Vielleicht frisst er die, ähm, in den Träumen so Stück für Stück auf, mit den Albträumen, sodass das dann irgendwann so leere Hüllen sind. Stay Energized! Alter! Geiles Kaffeeposter. Ich werde beobachtet! Sie sind überall! Sorry, aber soll das Geschwätz interessant sein? Jetzt sei doch nicht so negativ! Gib doch mal dem Spiel eine Chance! Und... Candy Cat Snacks! Dino Dots! Oh! PJ Puffs! Und da ist irgendein Riegel, ein Katzenriegel oder so. Wow! Ey, das ist Big Mami, äh, ne, Mami's Long Legs, Digga! Von der, von der zweiten Episode, ne? Piu! Okay, hier brauchen wir beide Hände. Zack! Zack! Nee! Hier brauchen wir eine Hand. Eine blaue da. Eine grüne da. Und die grüne da rein. Okay, wir müssen irgendwo einen zweiten, noch eine zweite Batterie finden, ne? Ja, dahinten. Ah, hallo! So. Nice. Kaffee ist auch Merch von denen, ja. Immer wenn du Kaffee kaufst, unterstützt du die Entwickler. Egal, was für ein Kaffee. Ich habe eine Ausschnitte von eins und zwei gesehen. Da am Ende nicht die Puppe evil. Wieso ist jetzt deine Katze? Es ist in jedem Teil ein anderes, eine andere Puppe. Ich bin Bubba Bubba Fint. Hey, I remember you! Okay. Ein Elefant, der immer wieder erinnert. Wieso trägt denn der Glühbirne? Ist also der Elefant dieser Gang der Schlaue von denen? Wolltest du wissen, was ich über dich erinnere? Ja, schieß los. Ich hätte jetzt gedacht, der Blaue ist eher so der Schüchterne oder so. Der Depressive. Das ist also das, woran er sich erinnert bei mir. Ich schreie nicht ständig in meinen Streams, okay? Ich bin Bubba Bubba Fint. Ein Elefant. Willst du wissen, was ich über dich erinnere? Telefon? Cheer 1, 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 Cheer 100. Hier nimm meine restlichen Bits auch noch. Wenn jemand sie verdient hat, dann du. Oha, ich bin einfach der Verdiener. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, grün ist grün, okay. Mit grün kann man grün festhalten. Mit blau, blau. Smart. Ganz einfach, Farben, ne? Du Verdiener einfach. Ja, ich bin einfach ein Verdiener. Okay, jetzt haben wir Energy. Auf der rechten Hand. Und zack. Hier sind überall eine Blutspur, die hier entlang geht. Catnip hat... Oh wow. Catnip hat irgendjemanden hier entlang gezerrt. Junge, wo ist das Telefon? Ach, hier. Hey, hey. Can you hear me? You look kinda lost. I don't want you to die. So, I'm gonna help you. Check this out. Look at the tube thing on the back wall. Ready? Ba-boom. You can use that battery to open the door. Das ist bestimmt der, 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 die andere gute Puppe. Äh, wahrscheinlich der Dingens. Ähm, auf der Steam-Page hat man noch einen kleinen Doggo gesehen. Das ist wahrscheinlich der Doggo, der mit mir spricht. Im zweiten Teil gab's ja noch dieses kleine Mädchen als Puppe, ne? Die war ja, glaub ich, auch gut, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. War die gut? Oder war die auch böse, die kleine Puppe? Ach, das, die, was? Das war sogar Puppe. Da ist unser Zug. Vom zweiten Teil. Ich weiß, dass du wahrscheinlich schuldigst bei Puppe für nicht zu lassen, aber sie braucht dich. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Du bist unsere Mission. Together, wir können viele Menschen saveen, including dich. Blaycare ist direkt vor. Das ist die Haus der Katnipp. Ein von den Gläubigen Krittern. Es gab es acht, glaube ich. Ich denke, jetzt ist es nur ihn. Blaycare ist seine Kirche. Seine Katnippe. Was auch immer er will. Du musst schnell gehen. Wir werden uns in Kontakt. Oh, und übrigens, mein Name ist Olli. Schön, dich zu treffen. Aber als er gesagt hat, hey, check this out, dachte ich, da kommt jetzt ein Kind und macht eine Fortnite-Dance. Mach du doch einen. Dann ist die Welt wieder ausgeglichen im Lot. Aber wäre cool, wenn das kein kleines Game wäre, jetzt hier so ein kleines DLC-Ding, so ein richtig großes Game wäre, was dann irgendwie so acht Stunden lang geht. Und aufgeteilt sind so acht Episoden, wo jede Episode für einen dieser Puppen steht oder so. Die dann irgendwie alle ihre eigene Charakteristik haben, ihre eigene Domain haben oder so. Dann bist du bei diesem Elefant in seiner Domain und du musst dir irgendwie so Dinge merken. Wenn du sie nicht richtig merkst oder so, dann greift er dich an und jumpscaret dich oder sowas. Dass du gegen die ganzen Critters kämpfen musst. Okay. Ich glaube, Katnipp... Ich glaube... Oh, Jogu. Ich glaube, Katnipp mag Hagiwagi nicht. Hagiwagi. Heijiwagi. Wie wird da Hagiwagi ausgesprochen? Oder Hagiwagi. Eher U oder A? Oder... Äh... Hagiwagi. Erstes. Hagiwagi. U, aber U ist das zweite. Hagiwagi. Kann ich lesen? Ich kann nicht lesen. Ich bin ein dummer kleiner Junge. In der Schule nicht aufgepasst. Knopf! Drücken! 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 Wagiwagi! Also, Resi Village mit Spielzeug. Genau! Nah, da, w fleet! Und drehe den strahl mit Cu I. Aber das ist halt kein Survival-horror game, sondern halt, nicht ein richtiges, sondern ein komplettes Horrorgame, nur mit Rätseln und so, ne? Du hast da nicht irgendwelche Kanonen oder so. What the fuck? Was geht denn da jetzt ab? Okay, wir müssen das Ding drehen. Ah, okay. Ich check jetzt gerade, was da gerade passiert ist. Er lenkt meine Hand um, dass sie nach dahin fliegt. Okay, und wir müssen die Hand nach dahin bekommen. Okay. Also wir nehmen das Ding hier. Und dann ziehe ich irgendwie dran. Ah, hier. So. Der schickt Link rein, wie man es ausspricht. Das ist Dedication. Richte den Strahl auf die... Ja, habe ich doch schon gemacht. Habe gewonnen. So, kann ich jetzt hier einfach durchlaufen? Ja. Okay, nice. Gucke gerade, Marshall mit meinen Brüdern ist ein Rein-Banger. Was ist Marshall? Hier, der nächste Smash-Critter. Äh, Critter-Smash-Critter. Da ist Poppy. Planetimes New Park. Oh, die haben sogar einen Freizeitpark. Hey, I'm Kickin' Chicken. Wanna go outside and hang out? Nee. Okay, Kickin' Chicken ist der Coole. Der... Extrovertierter, der Aufgedrehte, der immer Action haben will. It's looking pretty bad outside. I've never been outside before. Will you come with me? Okay, war noch nie draußen. I'm scared. Here, follow me. I'll step out first. Okay. Und hier ist er. Ist er das? Nee, das ist nimmer dieselben. Das ist weder der Dino oder die Giraffe und dann ist das gelbe. Der gelbe Hase ist nimmer dieselben. Denke, jetzt bin ich wach. Aber ja, wie es aussieht, der mag Hagiwugi, mag er überhaupt nicht. Überall ist der Hagiwugi geköpft. Environment-Storytelling-Chat. Wir müssen uns das hier alles anschauen und schon so ein bisschen uns zusammendichten, was hier mit Catnap los ist. Help! Okay. Ziemlich große Krallen hat Catnap. Wichtig für die Lore. Marshall ist Harry Potter, nur dass der Main-Charakter keine Zauberkraft besitzt. Dafür massiv an Muskelkraft. Und das gehört zum Universum von Potter? Hallo, mein Name ist Elliot Ludwig. Wenn du rundherum auf die Welt heute , was eine Sache du denkst, es mehr braucht? Ich habe gefragt, Geld, ich habe nie genug. Verständnis, ich kann nie überhaupt nichts bekommen. Faith, der kommunale Mann hat es verloren. Echte Antwort war anders. Und ich könnte vielleicht ein bisschen sehen, aber ich bin so verwirrt. Was ist auch so missing? Was ist so einfach? Du siehst, nicht einer von ihnen könnte ein Lachen machen. Schöne Fahrt hier. Das sieht sick aus. Ein Lachen ist Hoffnung. Ein Lachen ist Liebe. Ein Lachen ist Liebe. Ein Lachen ist Verständnis. Der Kernreaktor von Playcare. Ein Lachen ist oder es ist nur durch die Hoffnung und die Hoffnung und die Hoffnung wir können eine bessere Welt machen. Eine, woher unsere Kinder nicht beutachten müssen. Eine, woher sie protected sind. Und nach allem, diese Firma und ihre Schleifte sind nichts ohne sie. Diese Kinder deserve to smile. They deserve to love. And they deserve a safe home. That is why it is with enormous pleasure that has the founder of Playtime Co. I announce Playcare. Ui. Waisenhaus. Boah, bitte gib denen keine Kinder. Bitte gib Playcare keine Kinder. It's teachers and counselors mothers and fathers until such a time and they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration and smile all of these girls. I know what gives life to you. It's not a smile. I know. I know. I know. But good. Welche, wer soll denn, wer soll denn, wer soll denn, ähm, die Kinder davon abhalten? Sie haben ja keine Eltern. Psst, it's me again, Ali. Cool place, right? The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers literally all of Playcare. I can give you a key down there. Hier wurden wir vielleicht auch, vielleicht, da haben die, äh, vielleicht, äh, sind die Puppen alle so böse von Playcare, weil das alles irgendwie dort tote Kinder in denen drin sind. Also, Seelen von toten Kindern, die zu Rache geistern geworden sind. weil hier unten irgendwie in dieser Kuppel haben die, ähm, die Leute, die diese Kuppel gebaut haben, die diese Kuppel gebaut haben, ähm, haben mit diesen Kindern experimentiert und mit diesen Kindern so ein Killing Game gemacht, dass die Kinder sich alle gegenseitig umbringen mussten. Und deshalb hassen diese Puppen andere Kinder, weil, die toten Kinder wurden ja von anderen Kindern umgebracht. Und die wurden dann zur Rache geistern. Ist das nicht die Fake-Lore von FNAF? Da geht's bei FNAF auch so darum? Ich hab keine Ahnung von FNAF-Lore. Sind das auch Rache-Geister in den Viechern drin, oder was? Äh, wohin? Meine Hand. Die Kirche mit Schlüssel. Das hat mir Olli hingeschickt. Das ist so eine Rohrpost wie bei Biberbrüder. Wo geht's? Wo geht's? geh zurück. Und du sollst eine Tür finden, nur zur Seite des Kabel-Cars, die du hier nahm gehst. Im Film war es so, ja? Okay. Ich hab den Film nicht gesehen. Nee, sie haben die Gehirne einfach in die Bots gepflanzt. Die Puppen sind so aggressiv, weil sie vor lauter Schmerz und Leid nicht klar denken können. Nee, es klingt scheiße. Mag ich nicht. Ich mag meine Theorie besser, weil ich bin Fan von Killing Games und Battle Royale. Das ist ein Lautsprecher. Das ist ein fucking Lautsprecher. Das sieht ja super cursed dann aus, oder? Wenn das Ding noch steht und liegt. Ach hier. Das sind Lampen, kein Lautsprecher. Okay, das ist ja weird. Dass denn der Kopf einfach eine Lampe ist. Dachte Drops Random, bin Fan von Killing Floor. Nee, ich hab Killing Floor nie gespielt. Aber ich mag halt so Settings, wo irgendwie Gruppen irgendwo eingesperrt sind und dann müssen die sich gegenseitig irgendwie umbringen oder so. Mag solche Settings. This is Kicking Time. Okay, jetzt das gleiche. The cool kid of the crew and he maintains that sense of cool through anything, even the most tense of situations. Knock him down and he'll pick himself up, brush himself off and ask what's next. Okay, wo ist er? Ich will ihn umschubsen. Okay, ich mag eingesperrte Leute, genau. Ja, dann Ganrompa, Zero Escape, den Battle Royale Film und so. Generell muss ich, das ist immer ganz cool. Hunger Games. Also Tribute von Panem und so. Ich mag sowas immer. Sword Art Online hab ich nach irgendwie Folge 9 oder so abgebrochen. Keine Ahnung. Wird das auch später zu einem Killing Game? Nein. Wieso hab ich die ganze Zeit das Rauschen noch von meinem Walkie-Dalkie oder von meinem Handy da? SRU ist einer der schlechtesten Anime, die ich gesehen habe. Es wird zum Battle Royale. Oh, okay. Ne, so weit hab ich nicht geschaut. Ich hab irgendwie Folge 8 oder 9 oder so aufgehört. Späuchern. Ich hab so Hass auf den Anime. Okay. Hunger Games mit Chat. Du willst, dass wir uns alle gegenseitig umbringen? So als Dot-Hack-Fan ist SAO nur Salz in die Wunde, weil ich seit Jahren auf neuen Content warte. Ja, aber so hab ich das damals auch empfunden. Als ich das geschaut habe, dachte ich mir, ja, irgendwie ist das Dot-Hack nur irgendwie ein Kacke. Watch your step. Always remain aware of your surroundings. Disrespect your surroundings. Forget your mask. Don't forget your mask. Aha. Hier kommt jetzt die Maskenthematik gleich langsam. Oh, das ist das Gas von CatNap. The Red Smoke. Now, it's all headed off to the right. We need to make that Red Smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around. But I think you can do it. I'll call you once it's done. Ich brauche eine Batterie. Hier kriege ich bestimmt eine drin, oder? Kann ich irgendwie eine rausholen? Ah, ich kann da sogar rein. Oder nee, kann ich nicht. Kann ich da keine rausziehen, oder so? Ach, Moment, da ist eine Scheibe davor, oder? Okay, das sah so aus, als wäre die Scheibe kaputt. Ah, hier sind die Ballscheiben. Die Scheibe ist doch kaputt hier. Es gibt so Hunger Games Websites, wo du Namen eingeben kannst und der generiert dann, wie die fiktiven Hungerspiele laufen würden. Nee, wahrscheinlich trage ich mich dann auf so eine, auf so eine Liste ein. Ohne meines Wissens, oder so. Und dann, äh, werde ich irgendwann überfallen mit so Gas und dann wache ich am nächsten Tag auf und bin in so einem Killing Game drin. Also so, so spaßig diese Killing Games auch zum Zuschauen sind, teilnehmen möchte ich da nicht. Und ich sag's, wie es ist, wenn's im echten Leben so ein Killing Game geben wird und das ist dann so illegal, oder so. Und der Staat versucht, das irgendwie aufzuhalten, oder so. Aber es läuft überall und keiner kann's aufhalten. Ich würd's moralisch miesverwerflich finden, aber ich könnt nicht wegschauen. Ich könnt nicht wegschauen. Okay, fucking Freak. Äh... Okay, ich hab ne neue Hand. Ich hab ne pinke Hand. Ja, ist halt wie ein Autounfall, ne? Und das ist auch ne Taschenlampe. Ne, die andere ist auch ne Taschenlampe, okay. Weiß, dass Russland sowas machen wollte als Show, aber keine Ahnung, wie weit die Planung jemals ging. Ey, die sollen das halt machen, aber halt nicht mit wirklich töten, oder so. So, die Koreaner machen das bestimmt. Da ist Catnab. Da ist Catnab. Oh, oh, oh. Diese echte Version von Squid Game hab ich mir nicht angeschaut. Keine Ahnung, was das ist. Blähungen Catnip sagt nichts, denn der schläft Man hört ihn schlafen Das ist wahrscheinlich, wenn man auf diese Knöpfe drückt Dann passiert das zeitgleich Irgendwo redet er wirklich mit dir Und dieses Schreien, was immer kam Kam immer, weil Catnip dir geholt hat und umgebracht hat Und hier, wenn du das drauf drückst Hörst du auf jeden Fall, dass Catnip schläft Wenn wir irgendwann im Laufe des Spiels dann wieder so ein Ding finden Dann klicken wir da drauf Und dann sagt ihm so eine Stimme plötzlich Ich komm dich holen Dann weißt du, jetzt geht's los Du musst laufen Catnip komm dich holen Aber was kann jetzt meine neue Hand? Ich kann heute die Hebel nicht bedienen? Da oben Ist was leuchtendes Und da oben ist auch ein Schacht Da können wir bestimmt irgendwie rein Das Vieh heißt Catnip? Ja Weil es eine Katze ist und Es hat so ein Gas, was Kinder zum Schlafen bringt Habe ich eine Beschreibung zu der Hand, was die genau kann? Beschreibung anzeigen Nee Ist Catnip hier eingesperrt? Nee, er ist ja nicht eingesperrt Er hat mich ja geholt Ah, Moment Hier, kann ich mich da einfach hochziehen? Nee Ich kann mich da nicht einfach hochziehen Watch your step Moment, hier Ah Ah, okay Ich habe die lila Plattform nicht gesehen Das funktioniert aber nur bei den Plattformen Okay Aber es scheint wohl so wie Dingens zu sein, ne? Wie der Rest auch Sprich Das ganze Spiel passiert eigentlich gar nichts Sondern nur ein paar Rätsel Und dann kommt am Ende Boah, 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 boah Oh, nein Okay, mit Sprinten Ui Ui Das ist ja alles Blut Oder ist das der 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 Red Liquid Und dann wird es zu Red Smoke Okay Okay Wahrscheinlich kann ich da irgendwie draufjumpen, I guess Aber ich komme nicht mehr zurück Lava Cake Das ist keine Lava Sonst wird ja meine Hand verbrennen Ich komme auch nicht mehr zurück Das heißt, ich muss irgendwas damit machen Hallo Wollte nur kurz gesagt haben Dass dein neues Video echt mega, mega nice war Und ich total freue, von dir in Zukunft mehr zu sehen Kuss Freut mich, man Freut mich Softlocked Hier, ich muss mit den Fässern mir eine Brücke bauen Also runterziehen kann ich das Ding ja auch nicht Doch, kann ich Wow Hm Einfach da rüber Nee, aber dann komme ich da nicht rüber, oder? Der kleine Junge kann gar nicht springen Kann ich mich irgendwo rüberziehen? Warte, wir gehen mal so Was soll ich machen? Den hier? Smarty Und dann da rein Okay Nice Wie einfach leise umkippt der Okay, wir haben wieder hier diese Handmechanik Mit dem Umleiten Äh, da muss Strom hin I guess Ach, wir sind jetzt hier drinnen Ähm, hier Vor der Scheibe stand ich vorhin, ne? Kannst du immer mit diesen Händen ziehen? Irgendwie finde ich die Hände Äh, für Rätsel ganz cool Wenn es nur noch kein Horrorgame wäre Äh, ich kann leider nicht alles ranziehen Ähm Nur bestimmte Dinge kann ich ranziehen, ne? Nur mit Dingen, mit denen man interagieren kann Und darf Aber ja, ich mag die Hände auch Das ist eine coole Mechanik Aha Und da hinten Da hinten kriege ich Strom, oder? Passt meine Hand da durch? Moment Ist da ein Loch drin? Ne, da ist kein Loch drin, ne? Hm Ne, meine Hand kommt da nicht durch Von oben Ja, von oben geht Okay, das heißt Ich packe meine Hand da rein Und muss die dann irgendwie So umleiten, dass die da ankommt Ne, Moment Kann ich ja von hier aus machen Das bringt gar nichts Ähm Wo soll die Hand hin? Boah, ich kann es theoretisch ja von hier aus berühren Jo, ciao, Glopo Äh 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 Cool, I guess Ich meine Ich kann Theoretisch das so machen Aber ist das nicht Das gleiche, wie wenn ich einfach dagegen schieße Wow Hä? Ah, ich glaube Das ist das Symbol da Da sind zwei Blitze Ich glaube, das soll dir sagen Du brauchst zwei Überbrückungen Damit es aktiviert wird Oder so Bestimmt irgendwie sowas Äh Da ist aber kein Strom drauf, ne? Okay Das heißt, das gleiche nochmal Nur jetzt Da hin den Strom Ja, quasi Du brauchst quasi zwei Verstärker Deshalb zwei Blitze Okay Ähm Nein Was ist denn dieses Game? Ist das derselbe Fehlercode-Keks Wie bei Ähm Finals Und bei Tekken? Ne, diesmal muss ich nicht den Stream neu starten Kein Hallo YouTube Aber trotzdem Hallo YouTube Wie geht's? Kommt mal vorbei im Stream Der Chat ist nett Die sind nicht gemein Okay, ich muss das wieder von vorne machen Ich hab das so gemacht Und dann hab ich das hier so gemacht Nein Und dann let's go So Und jetzt nochmal Ähm So Und so Und so Okay Wir haben's Moment Aber die Tür ist nicht offen Hebel Oh jetzt Okay Wir sind sehr gemein Seid ihr nicht? Und no Screams Was geht ab? Ihr seid sehr Sehr liebe Pisser Okay Wir brauchen hier noch ein paar Miau 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 Das ist ne neue Batterie Ich hab gar nichts kaputt gemacht Das war irgendjemand anderes Irgendjemand hat Strom ausgemacht Und ich weiß ganz genau wer es war Es war Catnap Der hat uns den Strom ge Catnipped Gekidnappt Okay Wahrscheinlich kommt er jetzt Oder? Nein Und ein Goxinator Dankeschön Für 10 Monate Er ist nicht da Ich glaube ich krieg hier Neun Schlüssel Ah Da So wo kann ich damit jetzt hin? Ich finde den Witz so schlecht Dass ich den wieder witzig fand So schlecht war der wohl doch nicht Das ist das Wichtigste Solange mindestens einer lacht Bereue ich ihn den Witz nicht Okay Okay Jetzt kommt Resident Evil 8 Hey Felix Was ist die Mission hier? Äh Wir müssen hier fliehen Olli versucht uns hier rauszuholen Ne nicht Olli versucht uns zu Poppy zu leiten So Damit wir dann mit Poppy zusammen fliehen können Aber der böse Catnap The fuck Der böse Catnap Hat Strom ausgemacht Wer ist Poppy überhaupt? Ja Die kleine Puppe Um die Die ganze Welt von Plague her sich dreht Ich denke mal die Puppe ist Sowas wie Scheiße Das ist überall Red Smoke Die Puppe ist wahrscheinlich sowas wie Das wird wahrscheinlich Die Kinder darstellen Die Spaß haben mit Puppen In ihrer Playtime Aber die Puppen sind alle böse Hier ist alles voller Rauch Ich werde gleich einschlafen Ne Das ist der Red Smoke von Catnap Wenn du bei so einem kleinen Spritzer Die Kinder alle einschlafen Und ich gerade in so einer ganzen Wolke Durchgelaufen bin Was passiert gleich mit mir? Ich verwandle mich in einen Schlafdämon Meine Hände sind weg Wir schlafen schon Wir schlafen schon Das ist ein Albtraum Catnap bringt dich ja mit dem fucking Red Smoke Zum Schlafen Und dann kriegst du Albträume Wir schlafen Catnap du miese Katze Genau Das ist jetzt halt so ein Albtraum Mal gucken was Catnap so für Albträume Kindern Beschert Das ist wirklich so Resi 8 jetzt mäßig Du verlierst alle deine Waffen Und musst dann in so einem Haus Rätsel lösen In dem Fall halt die Hände verloren hier Ok Es ist auf jeden Fall ein interessantes Markenzeichen für einen Serienkiller. Und die, die ihn wussten, wussten, dass er nicht von Verwaltung war, nicht nur was die anderen sagen. Er hatte einen tiefen Liebe in seinem Herz für Kinder wie dieser, macht er die Aktionen, die dieses Körper immer mehr krank plant. Wir freuen uns auf Kurga's gute Name, sowohl im öffentlichen Augen und in den Augen der Verwaltung. Bleibt sich auf die Verwaltung. Die Verwaltung! Und Phil, danke für fünf Monate. Weiß jemand, wann Part 2 oder 3 auf Playstation geliebt wird? Nee. Das kam ja jetzt erst generell der erste Part, ne? Fand ich auch wird, dass sie nur den ersten Part auf Playstation bringen und nicht direkt alle drei. Nee, nee, das kam ja nicht damals raus, Momonighter. Das kam ja jetzt auch, glaub ich, diese Woche raus. Also quasi mit dem Part 3 auf PC kam Part 1 auf Playstation raus, glaub ich. Aber natürlich kostet das erste auf Playstation, das werden sie sich noch nicht entgehen lassen. Du musst gehen! Oh, yo! Habt ihr ihn gesehen? Da stand die miese Sau. Der stand hier um die Ecke. Oh, ja. Schau mal! Wenn gefragt wurde, hat Ludwigs Nachbarn indiziert, dass er oft nach seinem Haus zurückgekehrt und wieder nach dem Sonntag zurückgekehrt. Einige glaubten, dass er krank war. Einige glaubten, dass er krank war. Andere, die... Don't move. Don't move. Ein Hinch. Playtime Co., es scheint. Intensiert, alle ihre Namen in ihrem Brand halten, egal. Was ist sicher, dass ein langer Luger-Battle folgt. Catnip ist einfach dieser Elliot. Und Felix, danke für den giftigen Zap. Aber schön, dass Catnip mir einen Albtraum verpasst mit Lore. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Das stimmt. Du kannst dich überall verstecken, aber wenn der Angreifer in deinem Gehirn ist, wo willst du dich verstecken? Da ist er. Da ist er gewesen. Gilt haunts you? Die Schuld? Was habe ich getan? Spiel ich hier nicht ein kleines Kind? Ich bin unschuldig. Scheiße Sackgasse. Ah ne, doch nicht. Der stalkt einen richtig. Er ist eine Katze, ne? Er spielt mit seinem Essen. Ein Kind mit langen Armen? Ne, ne, das sind ja nicht seine echten Arme. Danke. Boah Junge. Hallo, hier ist Poppy. Hey Poppy. Dankeschön für 18 Euro und 1 Cent, Poppy. Ich komm dich holen, ich rette dich. Gilt haunts you. Wir entkommen hier, Poppy, okay? Ich hol dich hier raus. Katnipp wird dich nicht bekommen. Und Kirayami. Dankeschön für 5 Monate. Da hinten, da hinten, da hinten war er wieder. Ich hab so nen Schwanz gesehen. Get up. Chat, wir müssen alle aufstehen. Get up. Get up, Chat. Get up. Fühl die Immersion. Du musst aufstehen. Get up. Du musst dich im Stehen spielen. Get up. Ich stehe. Get up. Get up. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Kann ich meine Taschenlampe wiederhaben? Aber an sich ein entspannter Albtraum. Also, ich bin da Schlimmeres gewöhnt. Happy and fun way was it done. Ich hab meine Kassette. Ich hab meine Kassette. Da, so sieht das aus. So lauf ich normalerweise rum in dem Spiel. Also, das sind nicht meine eigenen Hände, sondern ich hab so zwei Dinger. Boop, boop, boop. Und dann schieß ich damit hin und her. Huggie-boogie. Huggie-boogie. Und dann schieß ich dich. Und dann schieß ich mal. Hier in Playtime. Wir sind sicher, dass in den Tagen zu kommen, du findest du neue Familie hier, wie immer so liebend und supportive als deinem. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little heart's content. Join the Innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the Counselors of Playcare, whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are, or what you've done? Worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back, years later, your conscience is finally getting the better of you. May you descend into the dark and the dust, finding all that waits for you, one of the comprehensible horrors. Each hungry for your return, each eager, that they might find you. Perhaps they'd smile at you from a shadow. They're smiling mouths full of teeth and meanes and plastic. Watching and waiting patiently for their turn at a warm welcome. Or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you have. Ich kann meine Kamera nicht mehr bewegen. A world that's theirs now. Welcome home. Ach so! Welcome home now. Komm zu Hause, Björn. Die Framerate ist gerade dabei gestorben. Ach, scheiße. Okay, aber das war der Albtraum. Also, in den Albträumen sehen die Kinder wohl Hagiwogi. Ja, vielleicht, weil ja Catnap eifersüchtig ist. Vielleicht ist Cat, weil Catnap, man sieht ja überall geköpfte Hagiwogis. Das heißt, Catnap hasst Hagiwogi. Und vielleicht schickt er den Kindern Albträume von Hagiwogi, damit Kinder Angst vor Hagiwogi haben und er vielleicht ihn als ihr Lieblingsmaskottchen ansehen. Guck mal, hier ist auch eine Dingens tote. Eine kaputte Mrs. Longleg. Mami Longleg. Und er will die Nummer 1 sein. Er will das beliebte... Okay. Er will das beliebte Spielzeug sein. So, und? Während wir geschlafen haben, hat Catnap uns irgendwo eingesperrt. Nun ist es Catnap-Playtime. Er wird niemals die Nummer 1 sein. Deshalb hat er alle anderen Puppen umgebracht. Oh, wer bist du denn? Der, die Longlegs ist das. Oh. Den gibt's auch noch. Oh, der ist die Maske. Okay. Wir können dem Red Smoke jetzt wieder stehen. Da ist Mami Longleg. Pass auf. Nein, ich will... Bleib doch da. Es gibt bestimmt Achievement, Leute. Wenn ich schaffe, Mami und Papi gleichzeitig zu aktivieren, gibt's Achievement. Ja, I guess wir springen ins Loch rein, ne? Robber. Ja, da ist überall Smoke. Hättest du, die Longlegs ist auch schon tot? I guess. It's Playtime! Let's go. Das hat mir ja gar nichts gebracht. Ich dachte, der räumt mir den Weg frei. Nach oben. Okay, irgendjemand ist oben. Hm, ne. Da geht's auch nicht lang. Aber da muss doch irgendwas sein. Ich hab dieses Auto dahin geschickt. Mysteriös. Kann ich das Auto wieder rausholen? Nee. Der ist ja nirgendwo, wo ich mich festhalten kann, oder so. Hä? Hä? Ich hab ja sonst nichts anderes in dem Raum, oder? Oh. Oh. Kann ich die Box runterziehen? Nee. Doch, 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 doch. Das geht. Okay, nice. Das ist der Plan, also. Aber eine Box reicht doch niemals aus. Okay, ich hab das Gefühl, das ist nicht richtig. Ich komm da nicht drauf gesprungen. Ah, da ist eine Plattform. Oh mein Gott. Da ist eine lila Plattform. Wow. Wow. Die war unter dem ganzen Dreck voll versteckt. Dreck, versteck. Leck. Weg. Weg. Den Speck. Du Kek. Und se, se dangis. Dankeschön für den Primes ab. Ist dieser Teil irgendwie unnötig komplizierter als die vorher? Ne, die waren alle rätsellastig, wenn du das meinst. Also, most of the action kommt eigentlich immer dann später. Da vorher mal eher so Rätsel. Rätsel und Lore. Okay, Kassette. Der Fernseher ist gar nicht angeschlossen, Chad. So funktioniert das nicht. Ich glaub, ich hab die Kassette irgendwo übersehen. Ah, da. Okay, nächster Film. Und Leute halten Eminem für den besten Rapper. Die kennen dich nicht, halt wirklich. Ich bin halt unterm Radar, ne? Ist das mit Mersa? Ist das mit Mersa? Ist das mit Mersa? Ich bin sehr, 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 sehr. Aber wir wollen ihn besser machen. Aber er kann nur besser werden, wenn wir ihn zu dem, wo wir können, wo wir die Kassette properer Wettbewerb machen können. Und geben ihm properer Wettbewerb. Well, do you wirklich denken, dass er okay wird? Ich glaube, so. Wir sind gut, was wir tun, son. Wir haben uns in der Schule geholfen, gelernt und haben uns properer Wettbewerb. Wenn wir es brauchen. Just wie du jetzt brauchen, ich glaube. Komm jetzt. Ich glaube, irgendjemand ist gerade hinter mir. Okay. Es war ein Leid, dich zu treffen, Joseph. Und ich versuche dir, dein Freund wird alles gut sein. Wenn du ihn wieder sehen möchtest, wird er niemals mehr sehen. Ich glaube, sie schreit sich gerade an. Jumpscare kommt. Wo zum Fick versteckt sich Catnap? Es klang so, als würde Catnap gerade angeschlichen kommen. Und ich kenne die Geräusche. Ich habe zwei Katzen. Das klingt genauso, wenn die angeschlichen kommen. Aber sonst gab es hier nichts, ne? Nur die Kassette. Stuhl, Stuhl! Ich finde das ungewisse in Horrorspielen manchmal schlimmer. Ja, das hat doch schon der Lovecraft gesagt. Das Gruseligste ist das, was wir nicht kennen. Das Gruseligste ist das, was wir uns vorstellen. Oder so. Zitat, Lovecraft. Und dann hat er mies abgehitlert oder so. Da, 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 da. Jetzt hat man die Katze richtig gut gesehen. Was er halt so gemacht hat. Ja, mehr Dinge kenne ich nicht. Ich weiß nur, Lovecraft hat gruselige Sachen geschrieben. Und der war ein Nazi. Mehr Dinge weiß ich nicht über ihn. Okay, Batterie Nummer 1. Die Katze hat Hunger, ja. Hunger nach Menschenfleisch. Am genau zu sein, Kinderfleisch. Run. Nee, ich such grad noch ne Batterie. Hide. Watch out. Was denn jetzt? Entscheidet euch. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Ich kann aber hier nicht rein. Der ist nur unsichtbarer Wand einfach. Hä? Wie Scheiße ist das denn gemacht? Da sitzt einfach ein pinker Hagiwagi. Und guckt sich ein Foto von einem Kind an. Friends, Friends Sleep. Oder steht, was steht da? Nee, Friends Forever steht da. Das ist Kissy Missy, heißt die. Ah. Und die küsst dich dann immer. Die umarmt dich nicht, sondern die küsst dich immer. Überbegriffige Stück Scheiße. Ich möchte nicht geküsst werden von ihr. Ich dachte kurz, da liegt Fleisch unten drunter. Kam die auch schon vor in den Spielen und ich hab sie einfach nur vergessen? In welchem Teil, im ersten oder im zweiten, kam die? Im ersten. Also so richtig und in Bewegung auch? Oder nur so als irgendwie Statuen oder Figuren oder so? Als Pappe? Boah, ich kann mich gar nicht an sie erinnern. Aber ich imagine sie sich an irgendwas erinnern, was... Was älter als zwei Wochen ist, Mann. Und im nächsten... In dem Part 4 wird wieder Kissy Missy vorkommen. Und ich werde sagen, hä? Wer ist die denn? Kommen die schon mal in einem anderen Teil vor? Und ihr so, ja, Keggy. Sie kam sogar im dritten vor, ganz kurz. Und dann würde ich sagen, imagine sich an Dinge erinnern, die älter sind als drei Wochen. Das leckere Steak unterm Bett. Noch schnell versteckt, bevor Mama kommt und dich erwischt. Nach dem Abendessen wird nicht mehr gegessen. Okay, Mama. Steak in die Tasche gesteckt. Und dann droppst du genau das, was du gerade gedroppt hast. Und dann sind wir in einem Loop gefangen. Äh, ja, wo ist die zweite Batterie, Mann? Where is the battery? Wieder irgendwo unten auf dem Boden ein Sprungbrett? Oh mein Gott, bitte. Aha. Aha, was ist das denn? Ne, das ist nur eine Glühbirne, ne? Das ist nicht eine Stromquelle. Warte, ich geh mal ganz zurück. Hier bin ich ja hergekommen. Hier ist das Gas. Da ist noch eine Tür. Die geht auch auf, okay. Das hab ich wohl übersehen. Ne, Moment. Wir sind wieder oben. Ich bin jetzt full circle gelaufen. Was ist das eigentlich für eine funky blaue Patschehand? Die ist geil, ne? Ich könnte aus einem anderen Zimmer dir deinen Hintern versohlen. Ohne, dass ich da bin. Also, benimm dich mal. Ähm, ich bin verloren. Irgendwo ist noch eine Batterie, aber ich find sie nicht. Irgendwo übersehe ich irgendwie noch einen Gang. Irgendwie ein Loch. Wie eine Decke im Boden. Hier muss halt nur eine zweite Batterie rein. Und dann kann ich halt da die Tür öffnen. Der Losti. Bin ich so verloren? Aha, da oben hab ich nicht geschaut. Ich hab's gefunden. Es ist wirklich einfach einfach irgendwo ein Loch in der Decke. Die sind wie diese komischen Klebehände, die manchmal bei so einem Mickey-Maus-Magazin dabei sind, ja? Die meine Mama immer gehasst hat, weil sie mal Flecken hinterlassen haben. An der Decke. Weil ich sie mal an die Decke hochgeheatet habe. Ich glaub, diese Geschichte erzähl ich jedes Mal, wenn wir einen, äh, einen der Teile hier spielen. Oder gespielt haben. Katze! Also wenn ich nach Hause kommen würde und meine Katzen würden das mit meiner Wohnung anstellen, da wär ich aber ganz anders drauf. Ah, das ist eine riesige Katnap-Katze. Die war rot, aber ich kann nicht erkennen, als Katnap. Die steckt in seinem Rücken fest. Okay. Junge, wenn er gleich kommt, ne? Das wird so ein mieser Jump-Scare sein. Das wird ein richtiger Arsch... Arschiger Arsch-Scare sein. Ich hab mal einen mies an die Wand gepfeffert. Den musste ich dann wieder abschaben und mein Vater musste über den Fleck an der Wand streichen. Genau das. Okay, das ist wieder so ein Auto. The Hour of Joy. Let's go. Oh, sogar mit Rampe. You can imagine so ein Auto zu Hause haben. Ich würde damit durch die ganze Wohnung düsen. Mich da reinsetzen. Ab in die Küche. Ab auf die Toilette. Okay. Führe Schritte. Weißt du, du hast eine sehr lange Nachricht geschrieben und die wird bei mir jetzt rausgescrollt. War die an mich gerichtet? Da ist noch mal Catnap mit noch einer Batterie. Und da hinten Strom. Also da ich ja gerne Lovecraft lese, habe ich mich mal schlau gemacht. Lovecraft war anscheinend erstmal so rassistisch, wie es in den 20er in Amerika viele waren. Nazi war er nicht wirklich, so wie ich das verstehe. Er war mal in Wiesbaden und war fasziniert, wie ein Mann mit einem lächerlichen Bart die Massen so bewegen kann. Jedoch war er von den Racial Theories nicht begeistert. Aber als der Krieg begann, schrumpfte das Interesse an ihm noch weiter. Yo, das Thema ist zwar schon lang vorbei. Okay. Investigativ gegangen. Er dachte sich, oh Scheiße. Mein Lieblingsauto ist ein Nazi. Alles in Frage gestellt. Oh ja, er liest sich wie ein Coop. Aber keine Sorge, keiner wird dich als Rechts- oder Nazi beleidigen, wenn du Lovecraft gerne liest. In der Regel nicht. In der Regel nicht. Ah, hier sind sie. Well, of course. Sie werden niemals vermissen. Oh ja, das ist gut. Er ist weg. Oh ja, das ist gut. Shh, 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 shh. This week, Dr. White here hat sich selbst unser sehr eigen Samuel Lee. Oh ja, das ist gut. Now, bevor er geht, wir uns alle geben Sam eine letzte gedeutung, shall we? Mit mir. 1, 2, 3. Tschüss, Sam. Tschüss, Sam. Okay. Das ist meine Lieblingssendung. Okay, wir haben keinen Strom mehr. Wäre so geil, wenn man in dem Spiel alles so aufheben könnte und rumjeden könnte. Hi there, I'm Piggy Piggy. Let's eat. Auf der linken Seite. Oh, jetzt geht's doch. Jetzt geht's ja doch. Wieso ging's gerade nicht? Okay. Da ist eine Batterie. Katze! Da ist Strom. Hier kommt man drauf. Das ist weird, dass du bei manchen Boxen nicht hochspringen kannst. Und bei denen, bei denen du hochspringen solltest, geht das. Aber ich glaube, ich soll hier nur reinschauen wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, wahrscheinlich muss ich irgendwie Strom darüber leiten, ne? Wahrscheinlich muss ich irgendwie Strom darüber leiten. Aber irgendwo muss ich ein funktionierendes Ding finden. Irgendwo muss ich ein funktionierendes Ding finden. Dann erst mal. Ach, ich hab vorhin die blaue Hand benutzt, deshalb hat's nicht funktioniert. Ah, okay. Piggy, die Sau! Aber hier hab ich doch definitiv grad die grüne benutzt. Ja. Und da drin doch auch. Oh, hier! Ah. Ah! 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 Muss schneller sein. So. Ich bin drin. Und dann wahrscheinlich die von hier holen, ne? Ja. Lass es nur zum zurückgehen. Okay. Was gibt's denn hier? Ein Schwein sagen hören, dass es Fleisch isst, fühlt sich irgendwie falsch an. Naja, sind Schweine nicht so Tiere, die theoretisch alles fressen, so wie Hühner? Die würden alles fressen, wenn du ihnen was zu fressen gibst, wenn du ihnen was zu fressen gibst? Das ist ein Bär und keine Katze. Das ist ein Bär und keine Katze. Das ist ein Bär und keine Katze. Oder irgendwas, auf jeden Fall irgendwas anderes. Schweine können sogar Menschen fressen. Der hat sich gedreht, die Sau. Der lässt mich nicht an seinen Rücken ran. Ich muss aber an seinen Rücken, da ist eine Batterie. Wahrscheinlich brauchen wir die gleich irgendwo. Boah, wie groß der Raum hier ist. Schweine essen ihre eigenen Kinder. Diese Schweine. Friends forever. Okay, hier müssen die Batterien rein. Und dann haben wir die andere Seite aktiviert. Wohin mit dem Strom? So geht das glaube ich nicht, oder? Gleich kommt doch wieder jemand für deinen Ass. Was? Wer kommt für meinen Ass? Und hat sie. Dankeschön, für 38 Monate. So, kurz checken. Bleibt das offen? Nee. Oh, es sind zwei. Jetzt bin ich für immer hier gefangen. Und muss wieder hier lang. Okay. Hey, Cy Rice. Was geht ab? Ich komme für deinen Ass. Also, wenn ich Kegis Ass sehe, dann fahre ich auch meine Hand so aus. Ach so. Oh, sexuelle Belästigung hier, oder was, hä? Voll aufladen. So. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die jetzt. Ob die jetzt beide Türen aufmacht, oder ob ich den hochtragen muss. Zu dem anderen Ding. Okay, ich frage vorher. So. Und irgendwie habe ich, glaube ich, gerade einen Bug. Ah, doch nicht. Weil Strom ging nicht weg. Jetzt, okay, ich check mal kurz ab. Wenn ich jetzt das Ding hier aufmache. Okay, es ist ja auch oben auch. Okay, okay, okay. I get it. Moment, bin ich jetzt einfach im Kreis gelaufen? Ich bin wieder oben. Ah, scheiße. Hops. Man kann einfach seitlich klauen. Ich dachte, ich muss den irgendwie erstmal anders überlisten, oder so. Darf ich? Nein. 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 So, Numero Uno. Nicht vergessen, die Decken abzuchecken. Okay, hier kommen wir dann raus. Tja, was ein gruseliges Waisenhaus, ey. Ja, das hier halt, ne? Ich weiß nicht, ob ich beide betreiben, antreiben kann. Die waren kurz beide an. Okay, ich probiere nochmal. Ich frage für eine Freundin, darf sie deinen Arsch anfassen? Nö. Ja, aber ich kann doch nicht mit der, mit der linken Hand, kann ich doch nicht aufladen. Do Cindy? Oh, okay. Oh, okay. die müssen wir beide volle energie bekommen I guess get some rest aber sonst gab es jedoch gar nichts mehr ich kann mit der blauen hand kein strom leiten leute das ist die besonderheit der grünen hand dass sie strom leitet ich habe das gefühl das muss irgendwie so ich habe keine ahnung ob ich ein falsches timing habe vielleicht nur kurz nur kurz plapp plapp nee es ist direkt leer okay ich kann aber schon vorher loslassen okay wenn ich nichts drücke dann lässt er die hand so lange drauf bis es leer ist dann spame ich jetzt was ist wenn ich die hier dran lasse reicht das ne knopf drücken was übersehe ich was sehen meine augen nicht was sehen meine augen nicht moment dessen auto ist da irgendwo ein schacht vielleicht muss ich da anders rein und dann mit dem auto die tür aufmachen wo geht es rein was ist das hier eigentlich oh nein das ist der raum vielleicht doch von oben irgendwo droppen warte ist da oben ein loch in der decke ne ich kann halt nicht genau alles sehen vielleicht ist da wirklich irgendwo eine lüftungsschacht links oder rechts die neue man aber nicht sieht dann hier mal hoch ach hier direkt Hallo? Ich glaube, hier war ich auch schon. Die kann ich nicht wieder rausholen. Ich dachte, vielleicht gibt die auch Strom. Kommt ihr, hört mich, schreie aus dem Game oder sollte ich mir Sorgen machen? Äh, du sollst dir Sorgen machen. Du solltest dir Sorgen machen. Lauf. Nee, die Lüftungsschächte führen die ganze Zeit nur hin und her. Ja. Was übersehe ich denn? Bin ich so doof? Vielleicht liest du die Sätze an den Wänden und liest sie nur laut vor, aus Versehen. Und dann denkst du dir, hä, irgendjemand hat hier gerade Help Me gesagt. Aber das bist du einfach so, du selbst. Ich hab absolut keinen Plan. Es bleibt ja schon recht lange da. Kann ich, während ich das nach rechts halte? Nee. Moment. Chat. Pass auf. Pass auf, Chat. Ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Ich lauf einfach zurück. Und hol's mir noch mal. Komm, wie lange es bleibt. Aber wenn ich laufe, geht's nicht. Oder hält das die eine Seite länger als die andere? Nein, nicht die Tür zu machen. Das ist schon leer. Hier durch geht ja nicht, ne? Nee. Die sind beide an. Okay, ich muss das die ganze Zeit machen. Wenn ich ankomme, ist noch ein bisschen Reststrom da. Und jedes Mal, wenn ich hinunter laufe, bleibt immer ein bisschen Reststrom da. Und dann sammelt sich dieser Reststrom irgendwann, dass es so viel ist, dass es reicht. Merkt man, dass ich verzweifelt bin? Nee, gar nicht. Okay. Ey, die sind beide blau. Beide Nudeln sind blau. Von hier aus rüber geschossen kann ich aber nicht, ne? Muss da vielleicht so eine Batterie rein in den Kasten oder so? Wir haben eigentlich keine Batterien für sowas bisher gehabt. Das ist es, ja. Die Bretter hier rausreißen kann ich auch nicht, ne? Ja, ich bin raus. Ich bin raus. Wenn man wenigstens irgendwie dran halten könnte. Also, dass man hier so hält und dann bleibt es so da dran. Aber es bleibt halt nicht dran, ne? Das hat es bestimmt gebracht. Ja, ich glaube, ich brauche einen Tipp. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Nervt mich. Ich habe irgendwie ein Brett vorm Kopf. Da, Chat. Wenn du die Tür zur Treppe aufmachst, ist da auch so ein Stromding. Das sollte schneller gehen. Was? Da kriegt man Strom. Nee, das ist ja komplett dumm. Das ist ja maximal dumm. Oh, Katze. Das war ja maximal dumm. Das war halt einfach wirklich, einfach nur gescriptet, dass du das nicht so machen darfst, wie ich es gemacht hatte. Weil von der Zeit her habe ich das die ganze Zeit hinbekommen. Ein Hüge ein Tag hält die Monster weg. Wann kommt Mario Maker? Morgen. Zwei Hüge ein Tag ist besser als... Hüge immer. Hüge sind nicht zuhörig. Ich werde dich nicht zuhörig. Ich werde dich nicht zuhörig. Ein Hüge ein Tag hält die Monster weg. Ein Hüge ein Tag hält die Monster weg. Ein Hüge ein Tag ist besser in jeder Weise. Hüge immer. Hüge sind nicht zuhörig. Was ist das? RACE CAR! Dankeschön, Interman. So, wo ist unsere zweite Batterie? Was sind eigentlich ständig diese leeren Räume, wo nichts drin ist? Okay, let's go. Rein da. Da ist die Batterie. Ach, hier. Das Aufsetzen der Maske erschreckt dich. Ähm, hier. Okay, wir haben's. Finally. Das war ne Geburt. Jetzt sollte sich die große Tür in der Mitte öffnen. Ja, nice. So, und jetzt haben wir wieder Strom im ganzen Park, oder? Wer bist du denn? Okay. Also, ich kenn solche Geräte, aber die haben eigentlich vorne keine Hand dran. Und das kann man sogar mit Donation steuern. Ähm, okay. Wir brauchen... Wir brauchen hier Strom. Oder da oben Strom. Oder am beiden. Und wo haben wir Strom? Mach' mich fertig, ne, dass ich nicht durch die Lücken so durchschießen kann. Mach' mich fertig. Mach' mich irgendwie jedes Mal wütend, wenn ich das sehe. Na, Moment, da oben. Was bringt das? Irgendwie gar nix. Literally unplayable. Halt wirklich. Halt dich doch da fest, wo ich draufziele. Wieso steht hier so ein Revolver? High five? High five! Drücke E, um zu benutzen, was? Oh, ach so! Ah, okay. Ach so, das ist nur zum Drehen wahrscheinlich, ne? Ach, das Ding hat Strom! Ah! Das Ding hat Strom! Ah! Okay. Okay, 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 okay. Okay. I get it. So, und dann müssen wir jetzt da rüber den Sturm bringen. Ähm, wie machen wir das? Also, das heißt, der hat ja nur eine Position. So. Ne andere Position kann er gar nicht einnehmen. Das heißt, dann positionieren wir den nach dahin. Und das war's. I guess. Dann richten wir das Ding da aus. So. Hey, Luar, was geht ab? Ähm. Aber wieso geht das nicht auf? Wenn ich aus Versehen den PC ausmachen, weil keine Ahnung und alle offenen Sachen nicht speichere. Wieso machst du sowas? Wieso ist es wichtig, dass ich hier rüber kann? Ich kann auch das Ding auch von unten benutzen. Oh, war ich die ganze Zeit auf Dingens? Auf Just Chatting? Huch! 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 Was genau will das Game von mir? What the fuck? Krieg dir den Revolver Strom aus und zieh den Hebel. Ja. Gibt es da irgendwie einen Knopf oder so? Nee. High five. Vielleicht muss er durch alle drei durch, aber der kann nicht durch alle drei durch, oder? Ich muss kurz überlegen. Kann er durch alle drei durch? Ja, der kann nicht durch alle drei durch. Kann ich. Okay. Kann ich währenddessen drehen? Nee. Ich glaube, ich setze mich mal wieder hin. Sitzend kann ich besser denken, okay? Silent Hill haben wir noch nicht gespielt, kommt gleich noch. Ich hab's. Man musste wirklich beide aktivieren. Ich bin davon irgendwie ausgegangen, man muss nur einen aktivieren. So, fängt das Spiel jetzt an? Oder muss ich noch weitere 50 Rätsel lösen? Ich hab auch mal V-Sync. Shit. Shit. Zeig FPS. Nein! Okay. Hallo? Okay, ich klappte nicht drauf. Brauchst du eine Box, um hochzuklettern? Ich denke nicht, ne? Bisher gab's kein Rätsel, wo man irgendwie Boxen hin und her ziehen muss. Okay, diesmal geht er ganz nach unten. Stark. Guter Fahrstuhl. Ich bin zu schwer. Okay, jetzt bin ich doch nicht zu schwer. Was sind diese Rätsel eigentlich hier? Ich hab grade nicht gemeldet. Ich stand recht lange da und hab gewartet. Nein, nein, nein! Lass dich weg! Sie haben nichts falsch gemacht. Wir sind eigentlich hier, um zu helfen. Dieses Platz macht ihr so krass. Ich bin glücklich, dass Oli dir so weit zu helfen konnte. Er ist der Grund, warum wir dich überhaupt gefunden haben. Hagiwugi ist ja ein guter. Das ist nicht Hagiwugi, das ist Kissiwissi. Der Trenkrasch hat uns beide. Du hast so viel durchgebracht. Du verdienst eine Erklärung. Komm her. Okay. Lore. Hey, du bist okay. Wir sind okay. Oha. Die haben da unten Metal Gear gebaut. Als Abwehr für Catnap. Ich bin nicht dein Gegenstand. Ich bin nicht dein Gegenstand. Aber ich kann nicht einfach weg. Was passiert hier ist größer als alle von uns. Und ich brauche dich. So wir können uns auf die Monster zu bekommen. Die haben uns gebeten. Die haben uns gebeten. Sie haben nicht alleine. Sie sind die Erstaaten. 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 Die Prototypen. Ah, das ist schon eine süße. Okay. Großer Knopf. Ach, das ist ... Das ist der Stromknopf. Ah. Catnip war ein Prototyp? Und ihr bleibt jetzt einfach hier? So, wo sind wir stehen geblieben, bevor der Strom ausgegangen ist? Das war... nicht in der Mitte, das war... war das hier? Wo ist denn das Homespeed Home? Da, wo ich drin war? Also, ja, hat er ja gesagt. Also, ich war ja vorhin da drin, glaube ich, ne? Am letzten Glück gekommen ist was Spannendes. Das passiert. Nö, Nö. Ich habe irgendwelche dumme Rätsel gelöst. Ne, das ist es nicht. Weil eigentlich bin ich ursprünglich da oben gewesen. Dann haben wir dort irgendwas machen wollen. Und dann ging der Strom aus. Und dann sind wir woanders gegangen, um den Strom wieder anzumachen. Also ich gehe davon aus, ich muss wieder hier hin. Irgendwie bin ich so ein bisschen durch die Tür geglitscht. Ich weiß nicht, ob das so soll. Ich hoffe nicht, ich habe jetzt irgendwie eine Sequence gebraked oder so. Und bin jetzt softlocked. Scheiße. Ich habe das Game gebraked. Ich kann jederzeit zurück. Da war gerade ein Schloss bei der Tür. Oh, jetzt ist es wieder offen. Als ich reingegangen bin, war halt ein Schloss vor der Tür. Gucken wir uns mal die Karte an. Home Sweet Home ist das Haus, wo ich gerade drin, wo die Türen gerade zu sind. Ähm, das ist das neben dem... Das ist da. Da waren nur die Türen zu. Wie sagst du es ist, Chat? Ich bin gerade mies gelangweilt. Jetzt sind die Türen auf einmal offen. Jetzt gehen die wieder zu. Ach so, hier. Ach so, hier. Ich habe ihm nicht zugehört. Ich weiß nicht, wohin mit dem Kabel. Ich habe nur gehört, wo er gesagt hat, wo ich das Kabel herbekomme. Aber nicht, wo ich mit dem Kabel hin soll. Hier hin? Wir sind erst bei der Hälfte. Okay, wir müssen in die Schule. Junge, dieses Kabel. So, was ist die Schule? Die Schule ist... School. Das ist die Schule hier. Nicht die Schule. Doch, wir müssen wieder in die Schule. Ich weiß, es ist Wochenende, aber... Wir müssen rein. Genau das, Lugas. Das ist der Plan. Wie viel Zeit hast du gebracht? Silent Hill ist auch lang. Ich habe so viel Zeit mitgebracht, dass wir beides schaffen. Okay, mach das schnell. Schau den Generator, schau und schau die Schule in das Zentrum. Sei da in der Schule. Ich glaube nicht, dass ich dich an diesem Seite des Kabel zu verbinden kann. Und du bist nicht allein. Es gibt jemand anderes da auch. Wie? Ich dachte, CatNap kommt hier nicht hin. Ich dachte, CatNap traut sich nicht. Ich gehe schwänzen. Nein. Hier wird nicht geschwänzt. Studenten, bleiben Sie in Ihrem Seat, bis die Kabel zu verbinden hat. Und jetzt gehen Sie in die Hälfte, bis die Hälfte zu verbinden hat. Da ist eine Batterie. War überhaupt schon wirklich eine Horrorszene? Ja, die ganze Zeit. Das ist ein Horrorspiel. Wir sind die ganze Zeit in einem Horrorsetting. Wenn du nach Jumpscares fragst, gab es noch nicht. Das soll Horror sein. Ja, das ist kein Jump'n'Run. Das ist Horrorgame. Okay, wieder zwei Stück. Nee, Farming ist es auch nicht. Oh, guck mich an. Ich bin super... Ich bin Syrise. Ich bin super mutig. Ich habe keine Angst vor Horrorspielen. Alles, wovor ich keine Angst habe, ist kein Horror. Guck mich an. Ich bin so erwachsen. Ist ja schön, dass du keine Angst hast. Aber Horrorspiele definieren sich nicht nach deiner Angst. Hast du mal gefragt, ob ich Angst habe? Nein. Ich bin in den Kreis gelaufen. Hast du Angst? Vielleicht. Geh dich in den Scheißdreck an. Batterie, Batterie, Batterie. Wo bist du, Batterie? Batterie, Batterie, wo bist du? Keine Batterie. War dieses Spiel bei deinem Happy Meal dabei? Ich wünschte. Okay. Ich bin im Flur ohne Ausweis. Du kannst mir gar nichts. Du kannst mir gar nichts. Ich muss jetzt aber nicht bis hierhin laufen, oder? Mit der Stromhand. Ist nicht ein bisschen zu weit weg. Warte. Ich erkenne dich. Ja, ich erinnere mich. Du warst hier gearbeitet. Wie bist du? Wohin? Barb? Oh. Barb sagt, du schaust deine Mitarbeiter. Katnap würde nicht lieb, dass du hier bist. Du solltest weg. Für deine eigene Sicherheit. Ach, da drin. Da drin, Leute. Ist die andere Batterie. Und dann kriege ich hier Strom, dass ich mit dem Strom dahinlaufen kann. Und das öffnen kann. Aber wie komme ich da rein? Ich dachte eigentlich, sobald ich das hier habe, geht das hier auf. Jump Pads. Ich muss wieder auf den Boden achten. Hm. In der Translation stand gerade, wie geht es dir lebendig? Habe ich nicht gelesen. Die PC-Spiele aus dem Happy Meal damals mit den Drachen waren nice. Heute gibt es nur Pappe, wo man immer so Drehscherben nach Farben hatte, was? Aber das Happy Meal-Konzept gibt es noch, oder? Da kriegst du immer noch irgendwie Spielzeug, oder? Oh, Moment, hier. Aber da oben ist halt kein Lüftungsschacht, oder? Doch, da ist ein Lüftungsschacht. Ah, okay. Ja, wo ist der Eintritt? Wo kommen wir rein? Hier? Da ist was gelbes. Haps. Dieses Drachen-Game? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Was für ein Drachen-Game, Digga. Ich glaube nicht, dass Spyro im Happy Meal war als Videospiel. Wenn dann, wahrscheinlich, wenn dann der so Spielzeuge. So, das sollte, denke ich, vom Timing jetzt reichen, oder? Scheint jetzt ziemlich weit weg zu sein. Ah, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Okay, reicht. So, waren wir wieder in eine supertolle Kassette. Mit supertoller Lore. Da war jemand. Jetzt sagt mir nicht, ihr habt keine Angst. Das war schon gruselig. Da waren Fußschritte. Können wir nicht sagen, ihr habt keine Angst. Ihr habt euch schon gerade ein bisschen gespookt, oder? Nope, Lüge. Du, kleine Angsthase, du. Die Lampe leuchtet hier so, als wäre da irgendwas Besonderes. Aber da ist gar nichts. Wieso ist meine Taschenlampe eigentlich wieder weg? Oh mein Gott, ich habe mich vor meiner Maske erschreckt. Wieso ist meine Taschenlampe eigentlich weg? Ich hätte doch mal eine Taschenlampe gehabt. Oh mein Gott! Tee wie Taschenlampe. Hier. Stark? Hat sich nur über uns lustig gemacht, weil wir uns wegen der Maske erschreckt haben. Ich habe mich wegen was anderen erschreckt, okay? Habe ich euch erwischt? Da ist sie! Die Lehrerin! Ich bin Rebell! Ich bin rebellischer Rebell! Mein Brow hat sich kurz zerschreckt. Ja, ja, ja. Das, so sieht sie aus. Was? Hallo, Schüler! Find meine Sächer und ich, um zu lernen Facts über eine variety of subjects. Press meinen Button, um zu hören, einige Facts über Anatomie. Wann du wissen, dass es 60.000 Kilometer in der menschlichen Körper gibt? Für die Beispiele, die Erde um den Äquator ist ungefähr 25.000 Kilometer. Was? Der kleinste Kursz- im Körper ist die Stats in deinem Kursz. Sieht doch immer, schwebt es, und du schwebst, verlierst du deine Sprache. Willst du mehr lernen, über Menschen organe? Hallo, Schüler! Du wißt, wie, Hallo, Schüler? Und ich empfiehlt meine Sächer und ich, um zu lernen, um zu lernen, zu lernen, um zu lernen, um zu lernen, um zu lernen, um zu lernen, über Anatomie. Ich glaube nicht, dass es hier Dating gibt. Ach, ist hier? Nee. Okay, das Ding muss an sein, wie es aussieht. So, dann ist es an. Und dann jetzt vielleicht? Ah, okay. Da ist sie! Danke! Hau rein! Sie kommt! Ich muss rennen! Pitsche, Batsche? Oh, ist das so... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, ist das so eine Puppe, die nicht läuft, wenn sie dich sieht? Äh, wenn du sie anschaust? Äh, scheiße! Scheiße, ich bin tot. Mrs. Delight? Ich... Ich hab' nen Flurpass, wirklich! Scheiße, meine Pause ist vorbei. Ich muss wieder in den Mathe-Unterricht. Na, es gab's schon einen Jumpscare. Als ich die Maske aufgesetzt habe, zum Beispiel. hier das ist ein bisschen Dschungelmusik hier gerade scheiße ich habe irgendwo Strom übersehen ach du scheiße, die steht da ach du scheiße, ich bin eine Sackgasse das ist der falsche? das war der richtige? das war der falsche? ich bin so verwirrt was ist der Weg? ime Gtransarent zum der das Oh nein, zwei! Verarsch mich nicht! Verarsch mich nicht! Innovation ist der Schlüssel, wir werden neu geboren. Ach nein! Ernsthaft? Verarsch mich nicht! 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 Ja, die Stelle ist ja mega arsch So, und jetzt wollt ihr mir sagen, das ist kein Horrorgame Hört ihr nicht diese Dschungelmusik hier gerade? Das ist der absolute Horror Ja, läufst du jetzt? Äh, aber wieso geht das nicht auf? Also ja, ich brauch da zwei, aber Wo krieg ich jetzt eine zweite Batterie her? Hab ich irgendwo eine liegen gelassen? Ich kann die wieder rausholen Die ist schon ein bisschen stressig, oder? Oh, die war fast da Nee, das ist falsch rum Ich muss die Tür da hinten aufmachen Mach doch die Scheiß-Tür auf Ich verstehe ihr Movement irgendwie nicht so ganz Ah, ich hab die Batterie nicht getroffen Fuck Boah, das Licht fuckt so ab, ne? Komm ran, Alde! Ich verstehe nicht, wann die läuft Und wann die stehen bleibt Auf jeden Fall nicht, wenn ich sie angucke Manchmal, wenn ich sie angucke, läuft sie manchmal nicht Vielleicht darf man sie nicht zu lange angucken, oder so Oh, das ist nicht so Oh, das ist eine große Herausforderung Oh, das ist irgendwo Oh, das ist irgendwo Ich versiere ich auf jeden Fall Das ist die Idee, wo ich sie juge Was ist die Idee? so fickt ein flurpass wenn licht an und du guckst sie an bewegt sie sich nicht sie wiegt sich ich habe eine neue hand ich bin gesprungen spring chat Ich habe keine Füße. Okay, hear me out. Das Game, aber mit Voice Commands. Boah, das klingt nach einer richtig geilen Idee. Okay, wir haben jetzt so Flare, Flare, Flare Patronies. Jetzt kommen so Schattenwesen. Okay, auf einmal Tropfsteinhöhle. Stimmt, wir haben den einen Fernseher verpasst. Da war eine Kassette, die ich nicht gefunden habe. Fuck. Jetzt verstehen wir die Story nicht mehr. Katze. Ich glaube, es geht jetzt Richtung Finale, Chad. Der stupide, kluckte Elevator. Was war das, Regie? Nichts, nichts. Lass uns das Schiff aufpassen und gehen. Auf einmal an The Forest. Hell nah. Ich hoffe nicht, dass das Spiel so endet wie The Forest 2. Hell nah. Nichts, du bist ein Fan von diesem Ort, bist du? Nichts. Nichts, ich habe niemals den Gefühl. Ich meine, ich meine, ich meine, nicht, du denkst, dass diese Kinder Die Kinder brauchen die Real-Sunlighten, statt von Flügel und Schleimhäuser. Wir können nicht mit diesen Kinder sprechen sprechen. Das ist nicht so... Sorry, Stu. Sorry? Das klingt nicht so wie die Reiche ich weiß. Ich bin so, dass ich so viel zu verhören. Meine Frau sagt, ich bin ein schönes Mann, aber ich muss mich kontrollieren. So, I'm doing it for her. You're just different, Rich. Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah? Well, you're one of the few. You know, Richie, with my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about even the wrong with you. But really? Really? Nothing official yet. But I think there's a decent guy beneath all that graph. And honestly, hardworking man. You proved me right? I said your chances are pretty good. Wow, I don't know what to say. I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Cool story, bro. Okay, let's go. Treffen wir jetzt endlich Catnap? Catnap hat wahrscheinlich Angst vor Licht oder so. Deshalb kriegen wir jetzt so eine Flare Gun. Bitte nicht noch mehr Strom. Hör doch auf mit dem Strom. Ich bin runter gefallen. Hey, Escape, was geht ab? Wo hast du dich versteckt, hä? Hä? Wow, wieder hier. Ich hatte die ganze Zeit Angst ohne dich und du bist einfach gegangen. Ich musste meine Angst hinter eine Pizza verstecken. Oh, Alter. Pizza klingt geil. So, ja. Was bringt mir das jetzt da oben? Ach so, hier ist ein Sprungbrett. Ich muss schnell sein, oder? Okay. Ja, irgendwas war... Ach so, die ganzen Druckplatten. Die sind nur angewiesen, weil ich Strom gemacht hatte. Und der Strom ist jetzt weg und die sind jetzt wieder alle aus. Man durfte nicht zu langsam sein. Hey, wieder die coole Gun. Noch mehr Rätsel. Okay. Wir haben hier unsere Stromquelle. Und die Stromquelle muss... Wo muss die hin? Die muss... Das war knappi. Die muss nach da hin. Okay, das heißt... Der muss da enden. Der muss nach hier hin gehen. Richtig geil mit Knoblauch. Okay, der weiß jetzt ungefähr, wo es hingehen soll. Muss dann... Moment. Kann ich nicht einfach so machen? Wahrscheinlich brauche ich dort mehrere Strommester. Aber das muss wahrscheinlich einmal im Kreis gehen. Komme ich von hier aus ran? Ist schon richtig. Sind schon alle richtig, oder? Ja, sind schon alle richtig. Ja, dann nur mit der Gun mit rein. Und let's go. Boah, das sieht so knapp aus. Okay, Stromkabel geht nach unten. Ich gehe einfach mal nach unten. Wo ist meine Taschenlampe eigentlich hin? Okay, da stirbt man. Wieso ist die Taschenlampe einfach irgendwie so gescriptet? Die ist nur in bestimmten Momenten an und dann wiederum in bestimmten Momenten aus. Irgendein Spiel war das auch so, was mich immer abgefuckt hat. Ich weiß nicht mehr, was das war. Wo die Taschenlampe nur dann angeht. Ich glaube Resi... 8 oder 7 war das, ne? Ich glaube Resi 8 war das. Da geht die Taschenlampe auch nur an, wenn sie angehen muss. Oder 4. Resi 4, glaube ich. Genau. Ich glaube, das war Resi 4. Da geht die nicht mehr nur dann an, wenn sie angehen muss. Was ist hier mein Plan? Ich komme auch nicht mehr zurück, ne? Ja, aber der Fahrstuhl fährt ja nicht. Ich habe dahin Strom geschickt und der fährt aber nicht. Er sieht halt aus wie ein Fahrstuhl, aber der halt nicht fährt. Das ist es ja, was mich verwirrt hier gerade. Habe ich uns zu viel Strom geschickt vielleicht? Muss ja wenig... Ne, aber hier Strom ist an. Geht nach unten. Ich habe ihn gefunden. Da ist der Fahrstuhl. Ja, ich dachte, der Fahrstuhl ist da drunter. Der Block, der einfach nicht hochfährt. Aber da war eine Platte oben. Da unten, glaube ich, nicht, ne? Da war der, glaube ich, nicht. Irgendwie ist der Teil nicht so gut, oder? Der ist schon arschlangweilig. Ja, ich habe ihn schon. Waren die anderen Teile besser? Die waren halt kürzer. Da hat sich das nicht so gestreckt angefühlt, weil die halt alle ein bisschen kürzer waren. Also jedenfalls habe ich es kürzer in Erinnerung. Das ist schon echt lang. Der Spannungsbogen, der ist nicht wirklich da. Und dafür, dass du Rummel rennst und eigentlich immer nur Rätsel löst, gibt es zu wenig Lore dazwischen, um zu sagen, hey, das ist trotzdem irgendwie spannend, weil da gerade eine Mystery aufgebaut wird oder so. Dafür gibt es irgendwie dazwischen zu wenig Lore. Es ist einfach nur Arschlangen. Und es passiert nichts. Hi, ich bin Bobby Bearhug. Willst du wissen, wie viel ich dich liebe? Ja, dann hören wir uns halt nicht Bobby durch. Ich würde mir gerne alle Voicelines von Bobby durchhören. Kein Bobby für uns. Was ist das hier für ein Spieleparadies? Da war Bobby. Oh mein Gott, da ist Bobby. Okay, dann waren diese großen Puppen, die sich gedreht haben, die so rot waren, das waren wohl Bobby. Wo ich am Anfang gesagt habe, oh, das ist Catnap. Aber das war Bobby. Aber jetzt kommen die ganzen Small Critters, oder wie die hießen. Jetzt kommen die hier alle. Kann ich einfach hier durch? Das sind beide Richtungen in der Sackgasse. Stimmt, ich darf die Fläger gar nicht vergessen. Ich habe doch eine neue Hand bekommen. True. True, true. Ganz vergessen. Und hey, Venomous, geht ab. Ja, und eine sicke Gun bekommen. Okay. Das ist wahrscheinlich der Plan, ne? Piss dich, Alter. Oh mein Gott, Alter. Das Catnap. Aber in klein. Drecksviecher. Die sind schon cute. Mit dem Teil sind die jetzt aber voll reingegangen in den Merch. Es gibt bestimmt von... Von jeder von der Puppe gibt es einen Merch-Teil, das dann so irgendwie die Kids dann unbedingt alle haben wollen. Die ganzen Small Critters beisammen haben wollen. Dann kriegen die dann zu Weihnachten, zu Geburtstag immer ein Part. Bis sie die ganze Small Critters Family haben. Wie komme ich denn hier raus, ey? Junge... Okay, da steht einfach in FK. Wäre ich als Kind in so einem Ding hier eingesperrt gewesen? Was ist eingesperrt? Hätten die... meine Eltern mich hier reingelassen? Junge. Ich wäre da nie wieder rausgekommen. Okay, bleibt das für immer an? Ich hoffe. Das bleibt nicht für die ganze Zeit an. Okay, ich muss also irgendeinen Block hier hinlegen, da hinten. Wow, ich kann ihn nicht schieben. Okay. Was für kleine, süße Was für kleine, süße Racker. Der liegt, oder? Okay, wir gehen mir auf Nummer sicher. Zieh eine! Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Stark. Okay, hier geht's nach oben. Wieso halten sie sich gerade so zurück? Das gefällt mir nicht. Ah, hier sind die alle. Junge. Okay. Irgendwie scheinen die ein bisschen verbuggt zu sein. Was passiert? Das Ding fährt jetzt. Das Ding fährt jetzt. Verdammt. Ich hätte drauf stehen bleiben müssen. Wow. Die haben sich irgendwie zurückgezogen jetzt. Nur noch die hier sind geblieben. Aber die sind irgendwie, glaube ich, verbuggt. unten oder oben? Unten scheint der Weg zu sein Uh, die hatten sogar einen Pool hier Also, ich meine Es ist weird Ein Waisenhaus, so weit unter der Erde zu haben So versteckt Aber ich sag's wie es ist Ich glaube hier als Kind wäre Paradies, oder? Das ist ein Waisenhaus, ja Guckt euch an, sie haben einen Swimmingpool Mit so Fahrzeugen Wo du so rumfährst und so schießen kannst Oder ist das eine Lampe? Das ist keine Lampe, oder? Die können sich gegenseitig anschießen, oder so Ich meine Würde ich meine Eltern dafür hergeben wollen? Nee, ne? Das wäre weird, oder? Da ist doch der Den hab ich gesehen Aber der sah voll süß aus Not hier Bird Catnaps Home Angel They're home A million pairs of eyes are on you now Watching Waiting Hungry They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit Feel what feels empty inside themselves That thing, that thing, that thing, catnap, the prototype is his god and this is what he does to heretics These little toys follow catnap to avoid that very fate and in return they are fed We try to fight it, the prototype's control, I am the last of the smiling critters Listen to me Listen to me You need to get out of this place You need to live You and Poppy could fix this End this madness The torment The torment Oh no Oh no Oh no No Lead me Please Just go Run 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 UAAAAAAAARGH W Eles RUN It's Dock Day Geben Kristin Abdullah Also wenn wir jetzt lieben oder den Wahnsinn beenden ich denke mal beides was ist jetzt oben müssen es die ganze katzen zumal anhören sieht so aus aber wieso sagt er erst der letzte noch jetzt ganz ganz viele kleine gewesen oder er ist ja der letzte der originalen der originalen critters aber ja den habe ich gesehen auf der steam page und dort war halt ein kleiner süßer hund und nicht so ein großer ist es ok wenn ich nicht zu ihm hingehe ok ich habe Ich hab einen Double-Jumpscare bekommen, aber wir haben den zweiten nicht gesehen. Sei nicht egotistisch. Steht auf. Kämpft. Wieso magst du den Hund nicht? Der ist doch ein Süßer. Das ist doch ein Süßer. Double-Jumpscare all the way. So, nochmal. Noo! 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 Oh mein Gott, wieso sitzt er da und wartet? Okay, dann kommen wir in den neuen Raum, wo ganz viele Rohre sind und eins davon ist richtig und alle anderen sind falsch. Hey, Kradux-Swehr. Ich nehm zurück, dass es cool ist. Oh, schon wieder oben. Let's go. Bah. Pia. Ja, wie gesagt, bei jedem Try immer ein Stückchen weiterkommen. Mama, nein! Lass mich! Mama, nein! Lass mich! Das ist nicht nervig, das ist Horror. Ich bin hier falsch, ne? Okay, der geht auf meine Kappe. Okay, wir müssen eine Map malen. Okay, wir müssen eine Map malen. Wenn ihr hier so eine Foto hätte, Chat, was würdet ihr damit machen? Was würdet ihr damit machen? Außer trinken holen und im Sitzen bleiben. Licht an- und ausmatten. was besonderes. Was besonderes. ist das? Wie? Links ging ja nicht, ne? Ich würde die Dienstwaffe vom Polizisten klauen. Okay. 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 Wenn wir ehrlich sind, machst du 90 Prozent des Spiels nichts anderes. Das Licht an- und aus. Ja, okay. Die Entwickler sind auch nicht weitergekommen mit den Gedanken. Die haben sich auch so überlegt, wenn du so eine Hand hättest, was könntest du damit machen? Boah. Ich könnte von überall das Licht an- und ausmachen. Und dann haben sie ihr ganzes Spiel drumherum gebaut. Jo, tschau, Andy. Innovatives Denken. Jo, tschau, 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 tschau. Ich würde damit einen auf Spider-Man machen. Du mal überall hochklettern. Tschau, 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 tschau. Tschau, 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 tschau. Tschau, 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 tschau. Tschau, 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 tschau. Ich hab's. Es wird gespeichert. Ich muss in keine der Röhren gehen. Und Pyrakiti, Dankeschön für neun Monate. Kuss und Hi. Hui! Hey, bist du okay? Nee, mir geht's absolut nicht gut. Das Spiel endet nicht. Ich dachte halt die ganze Zeit, der Hund ist Olli, aber ja. Das Spiel endet. Das Spiel endet. Das Spiel endet. Aber das muss jetzt das letzte sein, oder? Was? Ja. Ich glaube, Olli verarscht uns. Nein, der wird uns noch nicht verarschen. Genau. Das Spiel endet. Das Spiel endet. Die ist mit Kissy Missy unterwegs. Das Spiel endet. 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 Wie viel Glück klingt nicht gut? Ne. Vielleicht istso KLP so jemand, der einfach so in andere Streams reingeht, wenn die gerade irgendwas spielen, blind, und dann schreibt er einfach random viel Glück, und dann denkt der Stream mehr mal verdammt was? Jetzt kommt jetzt was Schwieriges, Gruseliges. Viel Glück. Und dann verlässt er einfach deinen Chat. Kommt nie wieder. Vemaser30. ich habe das schon durch ja davon gehe ich aus viel erfolg die auch viel erfolg im leben der ist ein hase gestorben da war große katze wir sind eigentlich angekommen das spiel fängt nicht an wir haben tutorial durchgespielt nein bunso bunny ist weg das ist der der gerade gestorben ist pbj otter sind auch weg ich habe die batterie rausgeholt um hier weiter zu gehen das heißt irgendwo habe ich hier was nicht gesehen decke immer decke gucken das kann irgendwo random lüftungsschacht sein da ist ein loch aha aha ständig mache ich diesen fehler dass ich nicht nach oben schaue du hast zwei gesunde arme halte ich doch da fest halte ich doch da einfach fest das ding ist aus müssen sie erstmal deaktivieren mann ich vermisse meine taschenlampe wann kriege ich die wieder ich war so ein großer freund von meiner taschenlampe das war für mich wegen wie meine meine taschenlampe ich und ich wir sind zusammen so durch dick und dünn so ein gutes team aha wieder nicht nach oben geschaut chat ah hier ok hier brauchen wir strom da ist strom dann einmal hier so im kreis und dann wieder hoch ich hätte mich hochziehen sollen ich sehe das ding nicht mehr das ist jetzt hinterm fahrstuhl das ist ein langer arm ja du siehst hier die der cursor zeigt an wie lang es noch geht wenn der wenn der kreis leer ist dann geht es nicht mehr weiter ok ich habe irgendwie eine falsche reihenfolge gemacht kann ich meine hand wieder zurück haben sonst fährt das ding hier hoch ok wippen kann ich aber nicht ne ich kann nicht wippen sobald ich nach vorne drücke dann falle ich runter oder ich berühre das ding einfach noch nicht ne aber dann komme ich nicht drüber ich das ding nicht berühre wie schnell geht es weg schon sehr schnell hey jetzt bleibt es unten ok nein nein nee es muss oben sein sonst komme ich nicht drüber es muss oben sein was war hier hier war noch der shit ok nein 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 Gehen, Gehen, Gehen Moment, ich mach einfach so jetzt Jetzt bin ich ja hier drüben Jetzt kann ich genau andersrum machen Ist der Rätsel Horror? Ja Ich glaub ich hätte mich direkt schon hochziehen können von dort Das sollte reichen Was hab ich jetzt damit aktiviert? Ah, die Plattform ist neu Okay Bis jetzt haben die Plüschtiere mir keine Angst gemacht Ja, du bist auch einfach viel zu mutig, Mann Du bist einfach viel zu krass Ich hätte gerne deinen Mut Ach, da war auch eine neue Plattform, okay, ich hätte das nicht machen müssen Naja, naja, ab ins Office Aber vielleicht wird dich gleich der große Catnap erwischen Vor dem wirst du bestimmt Angst haben Ich hab mit meinem Kopf gegen das Mikrofon gehauen, das tat weh Aua Blutig? Sterb ich? Ich glaub ich sterbe Danke Ich hab überall Licht an Du musst Licht ausmachen Dann hast du keine Angst, du musst ja Angst haben Das ist ein Horrorgame Ja Jetzt kriegen wir wieder krasse Lore Boah, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert Boah Oh, Mr. und Mrs. Hartman Komm mal rein Bitte, hab einen Sitz Wie war dein Fahrzeug? Es war, äh, nichts wie wir erwartet Ich will keine Angst haben Doch, das ist ein Horror-Spiel, du musst Angst haben Das stimmt, das ist für uns Das ist die Orphanage Wir wollen zu gehen Es ist ein wirklich magischer Ort Ich fühle mich richtig Ich fühle mich gerade von der zweiten ich entdeckte Das ist Du öffnest das das erste Mal und du wirst Du wirst nicht gehen Es ist Kind wie finden ein Haus als Kind und immer denken es Ich verstehe du willst das Ja Ja Und wir möchten adopt Ah Amazing Du wirst perfekt für Oh W- W-what? W-w-well Es appears dass there's been some complications Complications? W-w-what kind of complications? I-I don't know The form says Testing What does that mean? Tell us What does that mean? Miss Graeber We deserve a better explanation than that Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I-I don't I'm sorry weitergeleitet an andere Eltern Na klär mal den Plot Also Da ist so ne böse große Katze Das war's Ist das nicht normal bei einem Waisenhaus? Ja Aber das ist ja kein normales Waisenhaus Das ist es ja Die Kinder werden ja Die sind ja irgendwie alle hier in diesem Waisenhaus Was tief unter der Erde versteckt ist Und Sind ja die ganze diesen Puppen ausgesetzt Und hier wird ja irgendwas getestet Experimentiert oder so Und die geben die Kinder weiter dann nach Ich weiß nicht ob das so richtig ist Wieso leckt das jetzt? Leckt das bei euch Chat gerade? Bisschen komisch War das schon die ganze Zeit so oder nur gerade eben? Weil bei mir läuft alles flüssig Nur kurz okay Minimal Also Öfters oder wie? Nur ein Schlüssel oder so? Wo ist denn der Schlüssel? Nur bei dieser Höhle Nur bei dieser Höhle Okay Okay Ich hab die Decke nicht angeschaut Das ist ja wichtig Decke Es ist immer dasselbe Problem Ne? Ich guck nie nach oben Aber da ist nichts Hier ist noch einer Ne Ich guck sie Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach du Scheiße Ich hab gar nicht wahrgenommen, dass da Red Smoke war Ich dachte ich der rote Screen war, weil ich irgendwie Fallschaden bekommen hab oder so Und nicht weil der Red Smoke war Moin du Sohn, was geht ab? Du Sohn eines Menschen Ah, ich bin hier, wo die Katze vorhin war Oh, hier ist auch die Balls Ah, die ist auch aufgegangen Okay, da ist auch kein Strom drauf, oder? Äh, ich mach noch YouTube Gestern kam sogar ein neues Video Aber wieso ist das hier so dunkel? Der Main-Kanal, ja, ich hab'n neuen Main-Kanal Dann mach' ich Videos Oh, hier ist noch eine Tür Die hab' ich nicht gesehen im Dunkeln Aber hier ist auch nur das Ding Wo kein Strom drauf ist Ja, das leckt doch jetzt die ganze Zeit bei euch, oder? We see gar nichts Ne, OB sagt gar nichts, das getroppt wird. Aber es läuft bei euch halt nichts in smoothen 60 Frames. Vor allem auch nicht in konstanten Frames oder so, es wechselt glaube ich immer zwischen smooth und nicht smooth oder? Digga, was ist das für ein Drecksloch, habe ich wieder irgendwo nicht auf die Decke geschaut? Oder vielleicht ist es bei mir nur die Vorschau, die so komisch ist und bei euch im Stream ist eigentlich alles flüssig und geil. Let's goooo! Für die Erfahrung. Und. Spannungsgeladene Musik Ich check's nicht. Die Dinger sind alle aus. Und ich muss die alle anmachen. Aber... Ah, hier ist noch einer. Wow. Der geht aber auch nicht. Hey, jetzt geht der doch. Das Spiel endet nicht. Okay, da ist ein Fahrstuhl. Fahrstuhl. Dann können wir nach oben fahren und irgendwas dort machen. Ich denke mal aber, wir müssen dann irgendwie hier rüber schießen, hier rüber schießen, da rüber schießen und dann schießt es da rüber. Okay. Das heißt, ich positioniere... Ne, warte, ich darf ja gar nicht positionieren, ne? Ich muss von oben alles machen. Ich dachte, es wäre vorbei. Ja. Also nicht, dass es schon vorbei ist, aber... Dass jetzt irgendwas kommt, wo man sagen kann, oha, jetzt Finale. Jetzt Finale. Okay, da brauchen wir Batterien. Da liegt auch einer. Yeah, Olli meinte ja schon vor Ewigkeiten, dass wir jetzt am Ende sind. So wie die Stadt. Die ist ja auch nämlich am Ende. Okay, jetzt kann man die Batterien nicht mehr rausholen. Ja, dann schießen wir mal rüber, würde ich sagen. Mal gucken, was passiert. Okay. Ah, jetzt gehen die an. Okay. Jetzt können wir da hoch. Wahrscheinlich dann jetzt oben gleich... Oben wahrscheinlich dann die Batterien reinstecken und dann hochfahren. So, Batteriennummer eins. Was? Wieso ist die so schwer? Ah, die ist in irgendwas drin. Ich muss die irgendwie was rausholen. Ist das wahrscheinlich auch das Ding, was piept die ganze Zeit. Ah. So. Was passiert, wenn ich das hier anklicke? Okay, das bin ich. Ja, da passiert gar nichts, weil wir erstmal Batterien reinstecken müssen, I guess. Ich schmeiß das Ding einfach runter, dann geht das Glas kaputt, oder? Das hat fast geklappt. Das ist ein verdammter Fluch. Lull, das funktioniert ja wirklich. Yay, wir haben eine Batterie. Ciao. Ciao. Ah, und jetzt? Sieht ihr in der zweite Batterie? Ja, die in dem anderen Raum konnte ich nicht rausziehen. Ich kann es nochmal versuchen. Vielleicht geht es jetzt plötzlich. Oh, hier. Wir müssen wahrscheinlich erst hier reinstecken, dann geht die Garage auf. Ah. Und da ist eine Batterie drin, ne? Nee, es ist, es ist, das Spiel ist weird. Also es hat irgendwie ganz komische Regeln. Manchmal darfst du die Batterien rausholen, manchmal nicht. Also es ist das irgendwie bei mehreren Dingen, dass viele Dinge, nicht viele Dinge, aber einige Dinge irgendwie nur dann funktionieren, wenn sie funktionieren sollen. Weil das Spiel das so will und andere Dinge wiederum nicht funktionieren, äh, zu anderen Zeitpunkten dann nicht funktionieren, weil es zu dem Zeitpunkt jetzt nicht funktionieren sollte. Das ist das Game Design, ja. Das ist das Game Design, ja. Und again and again ist mir bei den anderen Chaptern auch aufgefallen. Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber kann sein, dass es sich so durchzieht durch alle Spiele. Ich bin so kurz vor dem Einschlafen. Wir sind bestimmt gleich durch und dann spielen wir Silent Hill. Da wirst du dann nicht mehr schlafen, dann wirst du dann schreien. Vor Angst. Junge, Escape geht schon? Das heißt, wir haben schon, wir haben schon wirklich nach 10 Uhr. Ach du Scheiße. Hör, Hör, Hör. Hör, Hör. Eben wurde gesagt, es kommt noch einiges. Aber Olli hat gesagt, wir sind am Ende. Würdest du nicht sagen, Olli hat gelogen? Wer ist Olli? Der Typ, der mit mir immer telefoniert. Wer ist Olli? Olli! Ich habe dir gesagt, er lügt uns an. Halt wirklich! Und noch mehr Strom! Juhu! Meine Lieblingsmechanik! Wuhuhuhuhu! Noch mehr Batterien! In Löcher stecken! Wuhuhu! Wow! Da ist ne Batterie! Wuhuhu! Let's gooo! Oh mein Gott! Sorry! Der kam unerwartet. Das ganze Spiel ist Arschlangen, weil ich nur für diesen Moment bin. Wir sind wieder im Albtraum. Wir sind wieder im Albtraum. Wir sind wieder im Albtraum. Das ganze Spiel war nur Bild ab für diesen Jumpscare. Das ganze Spiel war nur Bild ab für diesen Jumpscare. Damit du irgendwann nur noch genervt bist von diesen Dingern. Und dann wird das unterbrochen durch den Jumpscare. Und ich bin im Traum. Ich kann keine Maske aufsetzen. Weißt du, wer wir sonst waren? Katnipp hat mich schlafen gelegt Siehst du, warum wir das hier enden müssen? Ihr habt noch über eine Stunde was vor mir Unser schlimmste Part kommt noch Grüß dich, Hagi-Boogie Er steht da einfach so rum Bedrohlich Hagi Komm und hol mich! Komm und hol mich! Ich hab keine Angst vor dir Ich hab gerade nur geschrien um dich zu erschrecken Ich hab keine Angst vor dir Ich hab selbst zwei Tiger zu Hause Ich hab keine Angst vor Katzen Nur weil du groß bist? Denkst du, kannst dir alles erlauben oder was? NLP, den ich schaute Ist es halt ab hier schon noch so 30, 45 Minuten Aber die Videos alle nur 2,5 Stunden Ja, ich bin halt einfach nur arsch langsam So, Oli Wir haben jetzt noch ein Gebäude, oder? Ich hab nur noch ein Gebäude, wo wir noch nicht drin waren Ich denke, das wird das letzte dann sein Gelage Hier im Toy Store waren wir noch nicht, oder? Da waren wir noch nicht drin In Büros waren wir drin Homesweet Home waren wir drin Sky... Was ist Sky Dome? Da waren wir nicht Sky Dome ist bestimmt hier Ne, Sky Dome ist wahrscheinlich generell die Hülle An sich Die Strom hat Dass das Licht Dass du Sonne und Himmel und so hast So, äh... Nicht, äh... Playhouse, Toyhouse Wo ist Toyhouse? Ich seh nix Kann man hier mal Licht machen? Junge, das soll Licht sein? Äh... Kostet der Shit was? Ja, also Vollpreis 15 Euro glaube ich Aber ist gerade mein Angebot, weil Release kostet jetzt, äh... 8 Euro irgendwas 9 Euro glaube ich 9,76 Euro Das weiß ich ganz genau, weil auf meinem fucking, ähm... Steam Account war 9,75 Euro Mir hat 1 Cent gefehlt Junge, lauf ich die ganze Zeit Am Toy Store vorbei? Ist das der Toy Store? Ne... Ich mein, wir müssen ja dahin wo es leuchtet, oder? Normalerweise... Die werde ich ja nirgendwo hinschicken wo es dunkel ist Game Design und so Ne... Das ist die Schule, oder? Ist das die Schule? Ist das das Toyhouse? Man kann's halt nicht lesen, ne, was da steht Ne, ich glaub das ist die Schule Ich kann halt nicht mal die Map mir anschauen, weil die so dunkel ist Das ist... Home Sweet Home Musst du nicht... Nach unten zurück? Ne, ich hab nen Schlüssel bekommen Ich hab ja nen Schlüssel bekommen Hier, Sky Dome Key Wir müssen zur Sky Dome Wo ist denn Sky Dome? Stimmt, ich hab ja ne Waffe, damit seh ich was Mietz, 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 Mietz Katze, wo bist du? Uuuuh Aber dann müssen wir nicht zum Toyhouse Scheiße Das heißt, es kommt dann noch Toyhouse wahrscheinlich Finale Hier ist das Toyhouse Ah ok, ich glaub wir gehen gar nicht ins Toyhouse Das ist komplett abgeriegelt Ähm, aber was ist jetzt der Schlüssel für Sky Dome? Oh Das hab ich nie reingesteckt Was passiert, wenn ich das reinstecke? Was piept denn da die ganze Zeit? Vielleicht muss ich einfach zum Piepen hin Das ist mein Hinweis Wo ich hin muss Ok, das sollte genug Kraft sein Jetzt zieh die große Batterie in die Gasproduktionszone So können wir hier raus Es ist die Tür von dem Kabelwagen, in dem du gekommen bist Gute Glück! Jetzt aber hier hin, oder? So, wo schien wir das dicke Ding rein? Da Wo schien wir das dicke Ding rein? Wo schien wir das dicke Ding rein? Ich hab keine Maske mehr, ich kann keine Maske mehr ausrüsten Meine Maske ist weg, Chat Juhu! Juhu! Was ist mit dem denn los? Einfach gar viel Der sieht aber außerhalb des Nebels ganz anders aus Da sieht er so haarig aus Und sobald er im Nebel ist, ist er auf einmal nackt Als ob ich jetzt jedes Mal das hier machen muss, wenn er mich erwischt Was ist das eigentlich für ein beschissenes Spiel? Wieso gab's jetzt kein Checkpoint, wenn du in dieses dumme Gebäude reingehst? What the fuck? Okay, das sollte genug Kraft sein Jetzt zieh die große Batterie in die Gasproduktionszone So können wir hier rauskommen Hier, es ist die Tür von dem Kabelwagen, den du aufgerufen hast Good luck Ich mein, hier kommt ja sogar ein Ladescreen, wenn du hier reingehst Hier, es kommt sogar ein Ladescreen, wieso speichert das hier nicht? Hä? Ja, wo fliege ich denn jetzt hin? Ähm Einfach hier geradeaus durch, denke ich, ne? Okay, die Batterie verschwindet einfach aus meiner Hand Die Tür ist zu! Ich kann sie nicht reinschieben! Ja, die despaunt einfach aus meiner Hand und der kommt da halt raus Vielleicht muss ich dann anfangen mit ihm irgendwie durch diesen Raum zu tänzeln Um an die Batterie wieder ranzukommen und sie dann rein zu stecken Also der Punkt, an dem Punkt ist es gescriptet, dass das Ding aus meiner Hand verschwindet Und ich weiß nicht, ob ich theoretisch einfach direkt aufheben kann und direkt rein stecken kann Ne, das ist nicht gut hier, das ist Catnap Ich war neben der Tür? Das mit der Batterie ist ein Bug, die soll nicht auf dem Boden sein Sagst du das einfach nur so oder hast du das gespielt? Hab's gespielt, okay Hab's gespielt, okay Die geht da nicht rein Ne, die Tür ist zu Okay, ich muss mich da richtig reinlegen Oh mein Gott, ich muss da drücken Hi! Junge ist das schlecht Junge ist das schlecht das Game Wäre mir peinlich, wenn das mein Spiel wäre Schlagschüsses Ich wäre nicht gerne der Entwickler dieses Spiels Alter, der Flip Buh, buh, buh Jetzt kommt der geile Part Okay Ich bin ready Dieser Raum kann dich beschützen Es war vorher ein sicherer Raum und er könnte dich jetzt Im Raum sollten sich Batterien feiern sein Benutzen sie Okay, aber ich kann sie nicht reinstecken Oder muss ich erst warten bis der Text durch ist Deine Fackeln können aufdecken Deine Fackeln können aufdecken was echt ist und was nicht Das wirst du gegen ihn verwenden wollen In dem Raum direkt hinter dir und zu deiner linken sollte ein grüner Stromanschluss sein Du kannst eine Batterie benutzen um ihn einzuschalten Überzeuge dich selbst Überzeuge dich selbst Da habe ich ja schon Batterien drin Mh 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 Du würdest aber viel Geld mit Merch verdienen Weil die ganzen Kinder das Spiel feiern So wie wir als Kinder FNAF Also es ist schon mal nicht wir Als FNAF kam war ich kein Kind Leider Okay, ich habe da eine Nudel hingeschickt Was hat die Nudel mir gebracht? Nein! Okay, dann passiert wahrscheinlich das hier auch Moment, ist das jetzt einfach nur FNAF? Und ich muss jetzt bis 6 Uhr morgens überleben? Scheiß Ernst? Oh, der kommt jetzt von da Da ist eine Batterie drin Ne? Ja, da ist er Moment, es sind mehrere Es sind ja mehrere Ich glaube, bei euch hat es gelaggt, oder? Ja, die kommen irgendwie ganz langsam von allen Richtungen Und man wartet bis der Hier läuft ein Timer Und an bestimmten Stellen Kann man halt in einer der vier Dinger eine Batterie reinstecken Und dann geht es weiter Und das musst du dann so lange machen, bis der Timer komplett runtergelaufen ist Alle vier angehen Und du überall eine Batterie reinstecken kannst Das Ding ist aber, ich brauche die Batterien, um mich zu verteidigen Zum Beispiel, wenn hier eine Batterie drin steckt Dann ist hier die ganze Zeit so ein Dampf Dass er hier nicht durchkommt So Das Ding ist aber Was ist da jetzt? Wie komme ich da hin? Und das verstehe ich noch nicht Das macht halt Licht aus Ist das schlimm, wenn hier kein Licht an ist? Ich bin mir nicht sicher, was das bringt, das Licht Weil das ist ja klar Weil damit Holen wir Strom Und den Strom brauchen wir zum Beispiel Um da das anzutreiben, das hier dann Piu, 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 piu kommt Aber das kommt nicht durchgehend Sondern man muss es halt immer anpassen So, aber ich habe keine Ahnung, wie ich mich verteidige Wenn er von hier aus kommt Oder von hier aus kommt Also wie gerade, das war er Er kam ja gerade von hier Und vor allem weiß ich nicht, wie ich an diese Batterie da reinkomme Da ist ja eine Batterie drin Irgendwie muss ich diesen Laden hier aufmachen Oder das geht mit der Zeit von der Ach, Moment, da So Was genau bringen wir das jetzt? Achso, ich merke schon Das ist die Alternative wahrscheinlich Wenn wir die Batterie da rausholen Kommt halt hier kein Eis mehr raus Aber dass das von alleine wieder zu geht Das ist so dumm Und dann brauchen wir halt hier So, so kann ich das auch anmachen Aber das bleibt halt nur auf eine bestimmte Zeit an Eine sehr kurze Zeit Und dann kann ich wahrscheinlich Oh Scheiße Scheiße Oh mein Gott, jetzt geht es wieder zu Dass das nicht die ganze Zeit auf bleibt Das ist ja wirklich scheiße Ja, und dann kommt hier auch Okay Das heißt Ja, da sind auch zwei Okay, okay I get it Also theoretisch muss ich nur die ganze Zeit Zwischen den hier hin und her wechseln Also wir können Den hier Immer durchgehend drin haben Und den als allerletztes rausholen Sodass die Stelle hier immer jetzt gesichert ist So Ähm Das ist wahrscheinlich nur für Licht Damit ich mich besser orientieren kann Das wäre dann nicht ganz so wichtig Der ist halt hier super wichtig Der ist der wichtigste Weil durch den hier hole ich Strom Und durch den Strom mache ich hier überall Die Wände So, ne Ähm Ach guck mal, ich brauche diese Batterien gar nicht Die können da immer drin bleiben Weil wir haben hier schon drei Batterien Ach ne, wir brauchen Eine müssen wir dann am Ende rausholen Okay Weil wenn dann die drei kommen jetzt da rein Und dann brauchen wir noch eine letzte Und das muss dann die hier sein Weil ich glaube die brauchen wir dann Um hier Strom anzumachen Ja Das heißt ich muss jetzt gucken wo er kommt Und mich dann verteidigen Das nervigste ist der Part hier Weil Ich muss die Hand dafür wechseln Um da hoch zu kommen Und um die Hand zu wechseln Ihr seht wie lange die Animation dauert Wenn es zu stressig wird Ist nicht so geil Was mit dem Strom über dem Monitor Ja ich denke mal das wird dann am Ende sein Wenn alle Batterien Alle vier Batterien drin sind Müssen wir dann am Ende Das Ding hier anmachen So Keine Ahnung was ich Wie ich das jetzt mache Ich denke mal sobald ich ihn irgendwo sehe Hier kommt er zum Beispiel jetzt Dann verkack ich das Stark Dann hole ich das so So Dann ist er weg Dann kommt er zur selben Richtung nochmal Nein ich habe die Batterie raus geholt Dann kommt er wieder Immer aus der selben Ecke kommt er gerade Dann kommt er wieder Oh shit Der kommt jetzt von da Oh mein Gott Der ist schon da Oh Okay 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 Ja das ist sehr stressig Ich denke mal je mehr Batterien drin stecken Desto mehr kommen Weil jetzt erst ab dem Punkt wo ich die zweite Batterie reingesteckt habe kamen zwei ne Muss ich jetzt jedes Mal warten Ich meine das Licht können wir anlassen Sieht hübsch aus Dass ich mit den Fackeln was aufdecken kann Stimmt da stand ja irgendwas von wegen ich kann mit Fackeln Dinge aufdecken die echt oder unecht sind Vielleicht wenn ich die anschieße dann sehe ich ob die Fake sind Vielleicht sind manchmal die Fake oder so Aber ja das stand ja auch dabei ne Du musst jedes Mal warten Boah 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 das ist ja richtig schlecht Die Decke kommt auch noch dazu Was ist mit der Decke Fährt die runter oder was? Fährt die runter? Ach du meinst hier Was ist das denn? Was ist das denn? Okay ich kann es nicht aufmachen Junge wie lange das dauert Ah Moment den können wir auch durchgehend aktivieren Okay so Hab ich nicht gesehen Hallo Hallo Habe ich irgendwie grad nen Bug? Habe ich irgendwie grad nen Bug? Habe ich grad nen Bug? Es geht nicht los Ich muss die Seitenräume betreten Boah ist das kacke Boah ist das kacke Ich muss das Strom anmachen einmal Ich muss das Strom anmachen einmal Was hab ich beim ersten Mal auch nicht gemacht? Okay Beim ersten Mal hab ich sie auch nicht gemacht Und dann ging es an Okay Gut Ähm So Ja Keine Ahnung Die können jetzt nur von dort und dort kommen Dann ging es ja da oben noch ne Decke Okay der ist fake Deshalb sind das mehrere weil halt nur einer der echte ist Und jetzt Jetzt Und jetzt? Ach, ich hätte beide Hände benutzen müssen. Okay, wieso kam noch ein Jumpscare? Der kam einfach noch ein Jumpscare. Ein für jede Hand, das stimmt. Oh, jetzt geht's los. Oh ja, Biaco, ich weiß doch auch nicht, Mann. Ich weiß es doch auch nicht, Biaco. Fick. Fake. Fake. Ja, welchen nehmen wir gleich raus? Jetzt wieder. Geht auch mit einer Hand. Wieso bin ich so verschoben gerade? Wieso ist alles schief? Geht alles wieder gerade? Ja, welche Batterie nehme ich jetzt raus? Machen wir mal die hier, ne? Okay, die Augen sind es glaube ich, ne? Ich hab's nicht getroffen. Ich glaub die, die leuchtende Augen haben, das sind die echten. Die sind ja echt schon sehr schnell. Die sind schon sehr schnell. Da muss man schnell reagieren. Also am besten gar nicht die Pistole benutzen. Sondern direkt, man sieht's ja direkt, ne? Wer ist. Moment. Ich überlege gerade. Wenn ich ja den hier wegnehme. Ich denk mal, den soll ich als letztes machen. Weil sobald der weg ist, ist es ja am stressigsten eigentlich. Weil dann muss ich springen. Du kannst als letztes auch den vom Strom nehmen. Und einen drin lassen. Ich hab ja eh mehr als vier. Der eine kann doch immer drin bleiben. Ich hab doch fünf Stück, oder? Das ist ja eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hab hier fünf Stück. Also der bleibt vielmal hier drin. Also den, ja, den hole ich gar nicht raus. So, aber die Sache ist, mir geht's dann um die beiden hier. Welchen ich zuerst raushole. Ah, wobei der ist aber auch echt arschstressig. Dass ich immer das Ding erst ziehen muss und so. Das ist schon auch echt arschstressig eigentlich. Ist eigentlich egal, was ich von beiden mache. Beides ist schlimm. Ist eigentlich egal, was ich zuerst mache. Aber schaffe ich das von zeitlich her, wenn ich das erst so mache, dann so mache? Okay, das klappt zeitlich. Ja, dann testen wir mal, wenn so ein Fake reingeht. Hier, das ist jetzt ein Fake. Doch, der hat leuchtende Augen, oder? Okay, ne, die haben alle doch leuchtende Augen. Scheiße. Ich muss doch immer testen. Das ist der echte. Das ist der echte. Das ist der Mafi- improv. Das ist der jetzt hier. Das hilft einen McKinn, wenn du etwas ziehst. Das ist außer der Wall-Schirm, sonst wäre noch der Visitant, muss ein bisschen sein. Basiert diese Weise? Ja. Das ist der überhaupt nicht, dass man in Glas Individuen zu dürfen. Der Le Bergsteuer ist interessant, dass er braucht, wieviel. naja es wird irgendwie zwischendurch ab und zu mal schief jetzt schon wieder ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh mein Gott, bin ich langsam Oh mein Gott, bin ich langsam Was war das denn? Oh mein Gott, bin ich langsam Oh mein Gott, bin ich langsam Die Klappe zumachen ist richtig dumm Ich habe einen Denkfehler gehabt Ich dachte, ich lasse die immer drin Dann muss ich ja gar nicht mehr springen Aber ich muss immer springen Weil das hier muss ich ja trotzdem immer zumachen Da ändert sich gar nichts Da komme ich nicht drum herum Fast Fast Und let's gooo noch mal Irgendwie echt nicht geil gerade Nee Aber ich muss das durchspielen, sonst kann ich Episode 4 nicht spielen Sonst verstehe ich dann die Story nicht Aber greif doch Oh shit Das ist mal Der ist schon wieder. Der oben ist so scheiße. Klappe zu, Katze tot. Katze nicht tot. Klappe zu, Katze. 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 Das hat gar kein Geräusch gemacht. Klappe zu, Katze. Wie schlecht dieses Blut ist. ich spiele gerade auf low settings wer war das ja das ist diese komische hand die die katzigen die als gott ansieht oder so jetzt haben wir es aber oder sagst wie es ist der part war der spaßigste am spiel weil ich musste actually irgendwas machen was stressig war was geil war irgendwie was ist mit meinem rechten arm los was war gerade mit meinem rechten arm ach das ist der gelber die gelbe hand ist kaputt weil ich habe die gerade ja auf ihn geschossen die ist explodiert jetzt können wir die blaue batterie reinstecken jetzt noch treuhaus let's go es muss jetzt auch eine flucht sequenz kommen oder das ist hier gerade viel zu ruhig fürs ende da muss jetzt noch was passieren katze kommt wieder okay ich denke mal ich jetzt stimmt wir hatten ja dieses riesige ding gehabt was geschlossen ist ja ich glaube ich sollte hier nicht drauf sein ok schießt los ok stunden der freude ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das ist dann Chapter 4, dann kämpfen wir gegen den Prototyp, gegen diese Hand, die Gotthand Oder wir gehen jetzt noch dahin und kämpfen gegen die Gotthand Let's go, Poppy Let's go, Poppy Ah, er macht das Tschüss Kissy Missy Ach, Kissy Missy wird grad oben umgebracht Der Prototyp killt Kissy Missy Und es endet wirklich Wow Also ja, gut möglich, dass das nächste Chapter wirklich letzte Chapter ist, ne? Dann gegen den Prototyp Boah, was ein geiles Game, ey Es hätte viel, viel kürzer sein müssen Also wäre es viel, viel kürzer Also die Hälfte, Mann Es wäre, es wäre ein solides Game Wäre es halt die Hälfte lang Es war viel zu lang Man hat viel zu lange immer die gleiche Scheiße gemacht Du hast die ganze Zeit nur diese Dinger hin und her geschoben Batterien hin und her geschoben Strom weitergeleitet Immer, immer das Gleiche Es war viel zu lang Es gab nicht wirklich irgendwie Im Gameplay irgendwie einen Spannungsbogen Sodass man daraus irgendwie ein vierstündiges Game macht oder so Oder jetzt fünf Stunden bei mir, ne? Dafür ist es nicht Dafür hat es nicht zu viele Mechaniken Dass man das über fünf Stunden tragen kann Und hat auch nicht so viel Lore Dass man das über fünf Stunden tragen kann Dass du irgendwie super viel Lore bekommst Und dann irgendwie eine große Mysteries oder so Die aufgebaut ist Diese ganze Prototyp-Scheiße kam ja einfach am Ende Und davor war einfach nur Ja, Kinder sind hier, Kinder sind da Die Monster sind böse, tralala So, und das war's Und dementsprechend, weil es so wenig Lore gibt Das Gameplay Nicht wirklich viel Tiefe hat Hätte man das Easy auf ein fucking zwei Stunden Game Runterpacken können Und dann wäre es Ein solides Horrorgame gewesen Aber so, und das war viel zu lang Was halt Ja, was halt echt schade ist an sich Aber dann könnte man das refunden Das stimmt Das stimmt Und Catnap fand ich irgendwie Also der Endkampf am Ende Spielerisch hat es mir Spaß gemacht Mit diesem Stress so umzugehen Und so Eine Strategie zu erfinden Und so, wie man das vielleicht macht Das fand ich ganz nett Aber Catnap an sich Ich glaube, ist wirklich von den Von den Monstern bisher wirklich Das Schwächste, oder? Ich fand Anfangs klang das so cool Es ist halt eine Katze Die halt Kinder in die Traumwelt schickt Und dann in Albträume gibt Oder so Klang an sich ganz cool Aber Dann waren wir einmal in einem Albtraum drin Und der war arsch langweilig Der Albtraum Und dann im Endeffekt Catnap an sich Am Ende Wie sie dann die ganze Zeit Hin und her tockelt So War halt einfach goofy Das sah halt einfach nur dumm aus Das sah nicht irgendwie Nicht irgendwie cool Nicht irgendwie gruselig Es sah einfach nur scheiße aus Das sah einfach nur scheiße aus Potenzial verschenkt, finde ich Ja Es hätte viel besser werden können Oder man hätte irgendwie So eine coole Traumwelt machen können Irgendeine richtig abgefuckte Kranke Traumwelt machen können Und was war es Wow Ich laufe die ganze Zeit In einem fucking Loop Durch irgendein hässliches Scheißhaus Und höre mir irgendwelche Radiokacke an So What the fuck war das denn, Mann? Das war echt scheiße Aber Jetzt müssen wir uns alle Catnap kaufen, Chat Das Spiel existiert nur für Merch Jetzt müssen wir uns alle Merch kaufen Und jetzt müssen wir uns alle Mal有 qüvo